Hallo, hier ist die Zukunft, Stela, aus dem Jahr 2024. Ich habe diese Folge heute wieder in der Hand, um euch eine kurze Mitteilung zu machen. Nämlich, als wir diese Folge damals produziert haben, die ihr jetzt gleich hören werdet, wussten wir noch nicht, dass wir das Konzept Family & Friends in die Existenz rufen wollen. Deswegen tun wir das jetzt, denn es gibt ab jetzt das Unterformat Cringe Bewusstsein Gast Family & Friends, wo wir über Kings Familie und engere Freundschaften, engere Bekannte reden und deren Arbeit. Und da haben wir eben damals, 2018 oder 2017, mit das Puppenhaus von Tabitha King, also seiner Frau, angefangen. Damals tatsächlich noch etwas chaotisch und ohne Konzept, aber wir haben damals schon damit angefangen und deswegen, finde ich, gehört diese Folge quasi mit in diese Reihe. Deswegen viel Spaß mit der inoffiziellen ersten Folge von Cringe Bewusstsein Gast Family & Friends. Ja, viel Spaß bei Wernern, seid nicht zu enttäuscht, wenn es ein bisschen chaotisch ist. Und wenn ihr dann irgendwann das Jahr 2024 erreicht, dann viel Spaß mit der zweiten Folge, in der wir über Hardshaped Box von Joe Hill sprechen werden. In diesem Sinne viel Spaß beim Anhören und entschuldige die Audioqualität, wir waren 2018 echt noch gruselig. Bis dahin, tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Heute wollen wir mit euch eine kleine Sonderfolge aufnehmen zu Tabitha King, denn die gute Frau schreibt auch Bücher. Und das Wurge, über das wir heute sprechen wollen, heißt Das Puppenhaus. Und dazu haben wir uns wie immer einen Gast gesucht, nämlich die wundervolle Kathi. Hallo Kathi! Hallo Dela! Hi, schön da zu sein! Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und wie immer ist natürlich auch der Flo bei uns. Hallo! Wer heute fehlt, ist der Jonas. Das hatten wir euch ja schon angekündigt. Der ist ein bisschen in der Sommerpause, der ist aber bei der nächsten Podstock-Sendung wieder mit dabei. Demzufolge wird es aber diesmal auch im Programmablauf ein paar kleine Änderungen geben, da sich natürlich keiner von uns dazu durchgerungen hat, eine richtige Inhaltsangabe zu schreiben. Wir werden das Ganze also heute etwas formloser gestalten. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Bevor wir richtig mit der Sendung starten, Kathi, du bist ja durchaus recht untriebig in der Szene. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich, wer du bist und was du so machst. Also, ich podcaste seit ungefähr zwei Jahren. Meine eigenen beiden Podcasts sind Schläfst du schon? Ein Podcast über Verschwörungstheorien, die nicht aufgeklärt, sondern erschaffen werden. Für Spaß an der Freude. Dann mache ich die Personal Buchführung. Ein kleiner literarischer Spaziergang durch mein privates persönliches Bücherregal mit Lieblingsbüchern und allem. Ich bin bei der Geschichtenkapsel dabei. Ich bin beim Nerd-Nerd-Nerd-Podcast mit dem Steffen dabei. Ich bin bei Akte Aurora dabei. Ach, ich bin einfach bei zu vielen Sachen dabei, glaube ich. Und im richtigen Leben verkaufe ich Bücher. Das ist voll cool. Und wie ist es mit deiner Stephen-King-Erfahrung, wenn du sowieso im Buchhandel arbeitest? Ich habe tatsächlich mit so 13, 14 die ersten Stephen-Kings gelesen, die ich damals ganz cool fand. Ich glaube, ich habe da wirklich mit The Green Mile angefangen. Ich bin 35, ihr dürft gerne zurückrechnen, ob das mit der Zeitangabe hinhaut. Und dann habe ich so ein paar von den Klassikern gelesen, einer kleinen Stadt und ähnlichen. Bin dann aber relativ schnell davon wieder weggekommen, ein Stück weit. Einfach, weil so, naja, das Schema hat sich dann doch recht sehr geähnelt von Buch zu Buch. Und gekauft wird er aber tatsächlich immer noch sehr gut, muss ich sagen. Okay. Und von Tabitha King hattest du außer vom Namen schon mal was von ihr gehört? Ehrlich gesagt nicht mal dem Namen nach. Okay, das ist ja schon mal ein guter Start. Mir ging es nämlich eh nicht. Ich wusste zwar, wer sie ist, aber gelesen habe ich von ihr auch noch nie was. Ging mir genauso. Ich wusste, sie hat einiges geschrieben und dass es wohl auch so ein paar Anspielungen auf das Werk von ihrem Mann gibt. Aber die Bücher lagen hier im Regal und bis jetzt habe ich noch nicht dazu gekommen. Bis heute. Ja, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, Flo hat uns dazu gezwungen, dieses Buch zu lesen. Also wir können uns alle bei Flo bedanken dafür. Ich kannte es vorher auch nicht. Ich habe mich selbst gezwungen. Naja, also ich würde jetzt sagen, ich habe schon Schlimmeres gelesen, aber nicht viel. Das ist schon mal ein guter Start in die Sendung. Ich leider schon, aber naja. In dem Sinne, Flo, wie ist das? Hast du im Sinne unserer Sendungsvorbereitung diesmal eine zeitliche Einordnung oder sparen wir uns die an der Stelle? Natürlich habe ich die, weil wo kämen wir denn sonst hin? Wir beginnen diesmal im Jahr 1949. Da wurde Tabata King als eins von acht Kindern in Maine geboren, als Tochter einer katholischen Familie. Das erklärt vielleicht auch die acht Kinder. High School, Universität, das übliche Werdegang. Und 1969 hat sie eben auf diesem College, in ihrem letzten Collegejahr, Stephen King bei einem Picknick kennengelernt. Sie haben dann zusammen in der Bibliothek der Uni gearbeitet, haben sich ineinander verliebt und haben dann 1961 geheiratet. Im selben Jahr hat sie auch ihren Abschluss gemacht und hat dann verschiedene Jobs gehabt, wie auch ihr Mann. Die Familie hatte nicht so viel Geld. 1971 kam auch dann das erste Kind zur Welt, Naomi Rachel King. Sie wohnten dann im Wohnwagen. King hat gejobbt, hat geschrieben und wir wissen ja, was daraus geworden ist, als sie dann ein gewisses Buch in einem gewissen Papierkorb gefunden hat. 1972 kam ja auch das zweite Kind zur Welt. Joseph Hillstorm King, den kennt man heute als den Autor Joe Hill. Und 1977 wurde das dritte Kind geboren, Owen Philip King. Drei Jahre später erschien dann auch Small World, zu deutsch das Puppenhaus, das erste Buch von Tabatha King. Mittlerweile hat sie acht Bücher geschrieben, sieben davon gibt es auch auf Deutsch. Ob wir die alle besprechen, das entscheiden wir, glaube ich, spontan. Und ja, jetzt reden wir halt mal über Small World. Ich würde jetzt normalerweise an Jonas weitergeben, aber der hat sich ja zum Glück für ihn aus dem Staub gemacht. Deswegen würde ich vielleicht an der Stelle ein bisschen einhaken und so eine ganz grobe Inhaltszusammenfassung geben. Danke. Wir haben hier mehrere sehr verwirrende, sehr untereinander verschlungene, auch teilweise körperlich zu verstehen, verschlungene Charaktere. Einer davon ist Dorothy Hardesty Douglas. Die ist eine ehemalige Präsidententochter, also vom amerikanischen Präsidenten. Und sie bekommt als kleines Kind mit zwölf Jahren ein Puppenhaus geschenkt. Weiß allerdings in dem Alter damals nicht so richtig viel damit anzufangen. Lässt es verstauben und ignoriert es mehr oder weniger. Aber als sie dann so langsam in die 60 geht und ihre Eltern gestorben sind, sie ihren Ehemann verloren hat und so weiter, ja, und zunehmend eben verbittert wird, findet sie dieses Puppenhaus wieder und entdeckt ihre Obsession dafür. Sie beauftragt ihre Schwiegertochter, das ganze Ding zu restaurieren. Und, ähm, die Schwiegertochter namens Lucy ist wohl eine ziemliche Koryphäe auf dem Gebiet, äh, restauriert eben Miniaturen allgemein. Und so ziemlich ihr, ja, ihr Meisterwerk bis jetzt ist eben dieses weiße Haus. Äh, das wäre jetzt grundsätzlich noch nicht unbedingt tragend für eine Geschichte. Aber jetzt kommt ein Charakter namens Roger Tinker dazu. Denn der ist ein lustiger, verrückter Professor-Erfinder, wie auch immer. Ein, ja, 30-jähriger irgendwas, äh, Typ. Eigentlich so in der Darstellung ziemlicher Loser. Aber er hat ein Gerät erfunden, äh, das Dinge schrumpfen lassen kann. Das Ganze sieht aus wie eine kleine Kamera, wie eine portable Kamera. Und kann eben Objekte und Gegenstände, also alles, was so existiert auf der Welt, äh, schrumpfen. Die beiden lernen sich dann kennen, weil er eben Dolly, ja, kennenlernt, äh, in denen er versucht, ihr Porträt zu stählen. Und, äh, sie dann darauf hinweist, dass er eben dieses lustige Gerät hat und sie gerne kennenlernen würde. Das Ganze entwickelt sich dann zu einer sehr lustigen, obsessiven Beziehung, ähm, mit der einen oder anderen sexuellen Eskapade, über die noch zu reden sein wird. Und, äh, Dolly, ja, trodelt sich da selbst in einen Psychopathen-Kreislauf, der dann letzten Endes dazu führt, dass sie beschließt, sie möchte ja eine Bewohner für ihr kleines Puppenhaus haben. Und diese soll sie dann auch bekommen. Gut, ich denke, das sollte erst mal als Inhaltsangabe reichen. Oder wollen wir es auch gleich auflösen? Also mir würde es für den ersten Part reichen als Inhaltsangabe. Ich glaube, zu der Auflösung kommen wir dann wahrscheinlich eh, während wir uns über das Buch aufregen. Okay. Gut, äh, dann gebe ich gleich, das Wort an dich, Cati, erst mal. Wie war denn so dein Auster-Eindruck? Ähm, ja, schwierig. Also ich habe ein bisschen echt Mühe gehabt, da reinzukommen. Ich habe ja nur viele Bücher schon gelesen und es gibt welche, die haben lange Anfänger und manche nicht so sehr und überhaupt. Ähm, und tatsächlich der, ich sag mal, der Prolog geht sogar. Der wird aus der Sicht, äh, dieses Hausmeisters im Weißen Haus erzählt, der dieses, ähm, Miniaturhaus fertigt. Das war noch okay, aber sobald es dann in die Jetzt-Zeit sprang, habe ich gedacht, boah, ist das zäh und was sind denn das für Figuren und überhaupt. Ist ja ein bisschen anstrengend. Ähm, es sind immer so Auszüge drin aus irgendwelchen Artikeln oder Nachrichtensendungen, die dann das Ganze irgendwie zeitlich einordnen sollen. Gelingt nur so halb, finde ich. Ähm, und dann geht es tatsächlich los. Und dann geht es tatsächlich los mit Roger Tinker, der ein Museum bestiehlt. Und ich habe irgendwie gedacht, so, was, was will dieses Buch von mir, weil die Art und Weise, wie er beschrieben wird, während er dieses Museum beklaut, ähm, geht damit los, dass er sich als Frau verkleidet hat. Und er geht sich dann erstmal ewig darin, äh, wie er diese Frauenkleidung beschafft hat. Wie peinlich ihm das war mit der Unterwäsche und allem Pipapo. Und wie gut er sich aber daran fühlt. Und es ist auf so eine total klischeehafte Weise beschrieben, dass ich dachte so, boah, geh mir weg. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist auch mein allergrößtes Problem mit dem Buch. Ich fand diese Szene mit dem Hausmeister, der das Ding baut, auch erstmal ganz schön. Die hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Da hatte ich ja schon Hoffnung. Äh, das Buch war für mich in dem Moment abgeschrieben, wo eben diese Szenerie mit der Frauenkleidung kommt. Weil, ähm, ich spreche es mal so aus, das setzt schon einen Subtext in dieses Buch, äh, das eigentlich sowieso nur von diesen ganzen sexuellen Variationen und Eskapaden lebt. Ähm, der mich schon mal völlig anwidert. Der widert mich nicht an, weil da jemand Frauenkleidung trägt, sondern weil dieses Frauenkleidung tragen schon mal als, als was so völlig abartig dargestellt wird. Und als sowas völlig perverses, das aber gleichzeitig so sein Verliererdasein unterstreichen soll. Dass für mich der Grunde und dieses Buches schon völlig gesetzt war und ich das Buch ab dem Punkt schon nicht mehr leiden konnte. Genau, das hilft auch überhaupt nicht, irgendeine Verbindung zu den Charakteren aufzubauen. Weil, äh, Roger, Dorothy, ich hab niemanden gefunden, der auch nur halbwegs sympathisch war. Die sind alle so, ja, so kaputt beschrieben, dass du überhaupt keine Chance hast, äh, Kontakt zu einer dieser Figuren aufzubauen. Und, ähm, du hast eben kurz diesen Anfang der Inhaltsangabe gemacht, ähm, wenn das tatsächlich im Buch so abgelaufen wäre, so strukturiert, wäre es vielleicht sogar noch eher gegangen. Aber es ist sehr wirr aufgebaut und, ähm, wie er sagt, der Prolog ging noch, aber danach hatte ich ewig lang Probleme reinzukommen in das Buch. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, wie ihr schon gesagt habt, die Figuren sind unfassbar unsympathisch. Man entwickelt keine Empathie mit ihnen, aber sie sind auch nicht unsympathisch genug, um eine faszinierende Antipathie zu entwickeln. Was ja auch sein kann, ne, dass man so mal aus dem Antihelden heraus die Geschichte miterzählt bekommt. Ähm, aber sowohl Dolly als auch Roger sind eben einfach derartig, ähm, als, als überzeichnete Persönlichkeiten nicht genug überzeichnet, aber zu sehr, um sie zu mögen. Hat mich wahnsinnig angestrengt und Roger Tinker fand ich in sich auch nicht schlüssig erzählt. Also zum einen erfahren wir relativ schnell, dass er ein genialer Wissenschaftler und Erfinder ist, ähm, der zum Beispiel in der Lage war, äh, der hat für die Regierung gearbeitet, um von seinem Arbeitsplatz irgendwie Dinge zu entwenden. Denn jetzt muss man sich mal vorstellen, man arbeitet in einem Regierungslabor der USA und nimmt da Einzelteile mit nach Hause. Das funktioniert nicht. Also schon wenn man in einer Schokoladenfabrik arbeitet, wird am Ende eine Taschenkontrolle gemacht. Er hat es aber offenbar irgendwie geschafft, ähm, ist aber offenbar nicht in der Lage, mit seinen Mitte 30, Anfang 40, was er sein soll, ähm, zum Beispiel eine Beziehung zu führen oder unabhängig von seiner Mutter zu leben. Und das wird alles als so ein ganz schlimmes, ähm, Bild von einem nichtmännlichen Mann gewählt und genutzt, um ihn so darzustellen. Das ist einfach nur furchtbar. Ich würde sagen, äh, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal einzeln in die Charaktere einzusteigen, so weit wird das irgendwie können. Und, äh, wenn du gerade schon über Roger sprichst, ich gebe dir da vollkommen recht, äh, diese ganze Darstellung von ihm ist natürlich katastrophal. Und, äh, er wird ja nicht mal zu einem interessanten Bösewicht. Das bleibt einfach ein Idiot. Schlicht und ergreifend. Oh ja. Und, ähm, ich habe beim Lesen immer so das Gefühl gehabt, das ist so ein typischer Gamer-Gay-Typ. Ginge euch das auch so? Ja, durchaus. Also, so wird er gezeichnet tatsächlich. Und, ähm, ja. Ja, er würde prima ins heutige Internet passen. Ich finde aber auch, es ist nicht mal, äh, Klischeefiguren. Es sind tatsächlich nur die Vorurteile von Klischees, die hier benutzt werden. Und, äh, vielleicht liegt es daran, dass das Buch, äh, von 1981 ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es selbst damals noch halbwegs funktioniert hätte, sowas. Ja, es ist halt wieder das typische, die typische Vermengung. Wir haben ja einerseits den Mann, der, äh, sexuell sehr interessiert ist, aber gleichzeitig aus diversesten Gründen nicht dazu kommt, das auszuleben, wie auch immer. Wir haben gleichzeitig das typische Nerd-Phänomen, der unfähige Nerd, der nur in seinen Inselinteressen da irgendwas auf die Reihe kriegt und ansonsten völlig lebensunfähig ist. Also, das sind wirklich nicht nur die Klischees, sondern selbst die destillierten Vorurteile, da hast du schon recht. Es ist wirklich so, als hätte Tabitha King irgendwie sich nie mit Nerd-Kultur auch beschäftigt oder mit, ähm, keine Ahnung, mit, tatsächlich mal mit einem Mann zu tun gehabt, der in so einer Situation war, dass er 40 Jahre lang bei seiner Mutter gelebt hat und nie eine Freundin hatte. Äh, sondern sich wirklich einfach gedacht so, was, wie sieht mein Anti-Held aus oder der, der Depp der Geschichte? Ähm, und alles an Klischees draufgepackt, was geht und sich aber auch nicht mal im Ansatz überlegt, wo kommen die Klischees eigentlich her und inwieweit sind sie berechtigt? Also, es ist null Reflexion dabei gewesen, diesen Charakter zu erschaffen. Und gerade bei dem Thema Reflexion wundert mich, äh, gerade aus ihrer Geschichte, ich meine, sie hat ja nun durchaus im Schul- und Universitätsalltag ein bisschen was zu tun mit Menschen. Und ich denke, gerade da müsste sie ja eigentlich mehr mit solchen, in Anführungsstrichen, Randfiguren der Zivilisation zu tun gehabt haben, um die echter zu zeichnen. Und gerade, also, ich kann Idiotie ignorieren, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber was ich wirklich schwierig finde, ist dann, ja, diese, diese Verantwortungslosigkeit, diese Klischees dann noch so aktiv zu befeuern. Ja, also, das geht mir ähnlich, ähm, generell bei den Figuren, wie sie gezeichnet sind im Buch. Das ist so, weiß ich nicht, als hätte sie nicht mal einen Grundkurs, äh, Psychologie oder Philosophie irgendwo mitgemacht, sondern als hätte sie, weiß ich nicht, so einen Lebenshilfe-Ratgeber gelesen von jemandem, der mal mit jemandem zu tun hatte, der mal Psychologie studiert hat oder sowas und daraus ihre ganzen Figurenzeichnungen genommen. Mir kommt das so vor, als hätte sie den verrückten Wissenschaftler, ich meine, es gibt ja 50er-Jahre-Filme, äh, die so Wissenschaftler haben, die auch Leute schrumpfen. Äh, äh, Doktor-Zyklop gibt's, oder, ähm, wie heißt das, der, äh, Incryptable Shrinking Man, vielleicht nicht mehr auf Deutsch heißt. Und sie hat sich so einen dieser verrückten Wissenschaftler rausgeholt und hat überlegt, wie macht man den jetzt interessanter? Ach, nehmen wir ein bisschen Norman Bates drauf, mischen das zusammen, knallen alle Vorurteile rein und das ist meine Figur. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Es fehlt den Figuren halt auch generell sowas, was Eigenes, was sie zu einem eigenen Charakter macht und nicht nur zu einem Abklatsch von schon mal dagewesenen Charakteren. Ja, es sind nur Abziehbilder und, äh, es sind halt keine, keine Persönlichkeiten. Ja, wobei ich gar nicht weiß, wie ungerecht wir da eventuell sind, dass wir, äh, ja, jetzt das Ganze natürlich 30 Jahre später lesen und diese, die in diesen 30 Jahren solche Typen natürlich schon tausendmal durchgenudelt worden sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu der Zeit eventuell sogar wirklich noch ein neues Konzept war. Ja, ich glaube, da hat Flo schon recht mit dem, was er schon angesprochen hat. Das war in Film und Fernsehen, war das durchaus schon, ähm, ein gängiges Klischee an Figuren, ähm, das auch in den frühen 80ern schon verbreitet genug war, oder auch meinetwegen in den späten 70ern, äh, in denen das Buch entstanden ist. Ich glaube tatsächlich, so neu sind die nicht. Also allein, wenn ich mir angucke, Krimis aus den 20er Jahren, Dashiell Hammett oder ähnliches, ähm, da ist die Wissenschaft vielleicht noch nicht ganz so weit, aber, ähm, oder auch die Vorstellung von Wissenschaft, aber diese, diese Klischees von einem durchgeknallten Wissenschaftler, von Männern, die es nicht schaffen, sich von ihrer Mutter abzunabeln, etc., die tauchen auch da schon auf. Ja, eigentlich sogar noch früher. Man muss nur Jules Verne oder so lesen. Selbst da kommen mir diese Klischees schon vor. Ich glaube, das ist wirklich ein Entrope, dass gerade, wenn man so im Science-Fiction-Horror-Bereich Frankenstein, auch als Beispiel, äh, gerade wenn man so da reingeht, ähm, sind die von Anfang an dabei. Na gut, dann würde ich erst mal sagen, gehen wir mal auf die nächste Figur, wenn ihr nichts dagegen habt. Denn die Detailbesprechung können wir ja dann, während wir uns aufreden, noch weitermachen. Gerne. Dann wäre als nächstes Dolly. Ähm, Dolly wird ja schon beschrieben als, ja, eigentlich schon durch diesen Kontrast, äh, dass eben dieser Hausmeister sich so liebevoll da Mühe gibt, das Ding zu schaffen und ihre völlige Ablehnung darauf. Das setzt ja schon eine gewisse Abneigung, äh, die man ihr gegenüber empfindet. Und, ähm, das Ganze wird dann aber noch gesteigert, eben, indem später rauskommt, während dieser Porträtschaffung von ihr, dass sie sich da halt auch schon zickig benimmt, und so weiter und so fort. Und, äh, später auch, äh, wird dann im Buch erwähnt, dass sie während dieser Malphase den, äh, den, den, den Maler da verführt und ihn aber auch an den Wahnsinn treibt und so weiter. Also sie wird von Anfang an als komplett völlig unerträglicher Charakter, äh, ja, charakterisiert und gezeichnet. Da ist null Entwicklung, man kann nicht sagen, die ist erst so, seit eben ihre Eltern gestorben sind, seit sie langsam im Alter verbittert ist, sondern das ist schon von Anfang an eine Arschkuh. Definitiv. Naja, sie ist halt das klassische reiche Gör. So verzogen und undankbar und komisch und allgemein, äh, sie, sie ist manipulativ, sie ist eine Arschkuh. Das trifft's ganz gut, ja. Also gerade das manipulativ, finde ich, ist ein wesentlicher Bestandteil von ihr, weil es gibt, äh, verwöhnte reiche Gör, die einfach nur dumm sind und nicht manipulativ und das Geld rausschmeißen und noch mehr Geld haben wollen und so. Aber Dolly ist definitiv eine von denen, die schon in sehr jungen Jahren gut darin war, äh, Leute zu durchschauen und zu erkennen, wie sie die manipulieren können, damit sie machen, was sie wollen. Ähm, also gerade diese Porträtzeichnung, von der du gesprochen hast, da ist sie ja 15 irgendwie, ähm, das hat mich tatsächlich auch irritiert im Buch. Ähm, es wird dieses Porträt beschrieben, die nackte 15-jährige Präsidententochter. Und ich dachte so, what? Moment, USA? 80er Jahre? Moment, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, und es wird dann so im Laufe des Buches ein bisschen später noch aufgedröselt, dass das eben irgendwie das erste Jahr war, als ihr Vater nicht mehr Präsident war oder ähnliches. Aber trotzdem habe ich gedacht, so, okay, welche Eltern stellen so ein Bild auch noch aus, von einem zugegebenermaßen als sehr berühmt, äh, beschriebenen Künstler, äh, der ihre 15-jährige Tochter nackt am Strand gemalt hat. Äh, da muss ich schon wieder einhaken. Ich bin ja nämlich nicht sicher, ob ich jetzt blöd bin und das falsch gelesen habe. Ich habe das immer so verstanden, aber auch, weil ich das kognitiv nicht auf der Reihe gekriegt habe. Ähm, als sind das zwei Porträts. Also, als gibt das, was da ausgestellt ist, wäre ein normales. Und er hätte aber eben dieses Nacktporträt trotzdem auch gemalt. Aber das wäre nicht dasselbe Bild. Aber das kann auch echt sein, dass ich das falsch gelesen habe. Ich habe es als eins gelesen. Was ist mit dir, Flo? Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, beim Lesen hatte ich das Gefühl, es handelt sich um zwei Bilder, aber es wird, glaube ich, nirgendwo wirklich, äh, definitiv gesagt. Ich kann es nicht entscheiden. Also, ich kann, ich kann mich auch nicht im Detail daran erinnern. Ähm, ich fände es, sage ich mal, für meine innere, Beruhigung gut, wenn es zwei wären, um die es geht. Und ich habe es nur überlesen, das gestehe ich durchaus zu, weil ich habe dann doch versucht, mich nicht allzu intensiv in dieses Buch zu stürzen. Dafür war es nicht gut genug. Ähm, aber, äh, so oder so ist es, ähm, trotz allem eben die Tatsache, dass da ein Maler, der damals schon so um die 40 gewesen sein müsste, diese 15-Jährige gemalt hat, die eine Präsidententochter ist und ständig von Bodyguards umgeben war. Und irgendwie habe ich das auch schon nicht auf die Reihe gekriegt, wie das möglich gewesen ist. Wir haben jetzt ja, äh, drüber gesprochen, dass diese ganze Malereigeschichte ein bisschen schwierig ist. Da gebe ich euch auch recht. Ähm, allerdings, was man vielleicht auch noch erwähnen sollen sollte, ist, dass kulturell das Ganze, äh, nicht unbedingt einzuordnen ist, weil wir hier auch eventuell so eine Paralleluniversumsgeschichte haben. Denn die Sache mit dem Präsidenten, die ist ja in der Realität auch anders. Ja, das stimmt, wobei vieles andere schon sehr amerikanisch ist, so wie es beschrieben wird, finde ich. Denn wir haben ja hier, also es gibt auf jeden Fall, Kennedy gibt's ja auch in der echten Welt, da wird auch erwähnt und so weiter, aber, äh, der Präsident, der quasi ihr Vater ist und der danach kommt, das sind andere. Ja, wobei ich fast glaube, das ist so ein bisschen, ähm, auch Schutz der Autorin für sich selber. Äh, du kriegst ja ganz leicht in Amerika eine Klage an den Hals, wenn dann die Ähnlichkeiten zu lebenden oder toten Personen und überhaupt, und so, wenn das überhand nimmt. Und ich glaube, die Präsidentenfamilien in den USA sind da echt klein, gleich wegen Rufschädigung und so. Ja, das, das auf jeden Fall, das kann ich mir schon gut vorstellen. Genau, und wenn da die Ähnlichkeiten zu so einer unsympathischen, bösartigen Figur noch, äh, so ähnlich sind, ähm, nee, ich glaube, das klappt auch so nicht. Genau. Nein, aber nur, damit ihr es, äh, mal gehört habt, also, der, der Präsident im, im Buch, der danach kommt, wäre Matt Johnson, und im echten Leben, in der echten Timeline wäre das dann Reagan gewesen. Nur, dass ihr eine zeitliche Einordnung dafür habt. Aber, wie gesagt, das kann man jetzt als Selbstschutz deklarieren oder als King-Turm-Wild, wenn man ganz viel Fantasie hat. Aber ich wollte das nur mal erwähnt haben. Äh, denn da, da spielt vielleicht diese ganze kulturelle Sache auch mit rein. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum nächsten Charakter über, wenn ihr nichts dagegen habt, nämlich Lucy. Denn die wird ja so ein bisschen als das ziemliche Gegenteil von Dolly charakterisiert. Sie ist halt ein, ein sehr geerdeter Mensch, so wie es, äh, erscheint. Sie ist halt so die klassische Mutterfigur, die gute Mutterfigur, ähm, mit ihren zwei kleinen Kindern, auch schon zeitig verwidelt und so weiter. Versucht jetzt gerade langsam wieder in das Dating-Geschäft, in Anführungsstrichen, einzusteigen. Und, ähm, ist halt so diese geerdete Künstlerin im Kontrast zu dem exzentrischen Künstler, dem Maler. Ähm, sie macht halt diese Miniaturen und ist in ihrer Sparta auch echt eine Koryphäe. Und sie war so ziemlich der einzige halbwegs angenehme Charakter, aber auch sie bleibt mir sehr blass. Ging euch das auch so? Ja, ging mir sehr ähnlich. Also ich dachte so, als sie auftauchte und eingeführt wurde, boah, endlich mal jemand, mit dem ich mitfiebern kann und so. Ähm, sie kriegt aber auch nicht viel Tiefe tatsächlich. Sie wird zwar als gerne mal sehr breit und mit runden Hintern und so beschrieben, sehr oberflächlich oft beschrieben, so aus der, aus der Männerwahrnehmung. Ich glaube, das ist eins meiner Hauptprobleme auch mit diesem Roman, dass alle Beschreibungen von Figuren aus so einer sehr männlich geprägten Sicht stattfinden. Also die Frauen sind sexy oder nicht sexy und die Männer sind sportlich oder irgendwas. Das hat mich genervt. Und Lucy fällt da halt leider auch mit rein. Ähm, ich fand es ganz spannend, dass es sich sehr lange aufgebaut hat, ähm, der Groll von Dolly auf Lucy. Ähm, weil Lucy hat Dollys Sohn geheiratet und der ist relativ jung als Testpilot gestorben bei einem Unfall. Und, ähm, das weiß man erst mal lange nicht, nur dass eben dieser Sohn jung gestorben ist und, ähm, Lucy mit zwei Kindern und einer grässlichen Schwiegermutter zurückgelassen hat. Aber, das wird später im Buch nochmal thematisiert, dass Dolly eben dieser Lucy vorwirft, sie hätte nicht genug getan, um den Sohn davon abzuhalten, Testpilot zu sein und sowas riskantes zu tun. Sie hätte das aber tun sollen als gute Ehefrau und Mutter und hat aber stattdessen so was Verrücktes gesagt wie du, das ist dein Leben und du musstest selber entscheiden, was du machen willst, was ja gar nicht geht. Also, wo leben wir denn? Ähm, und da kommt so ein gewisser Groll von Dolly her und das merkt man zwischen den Zeilen auch, dass Dolly die nicht wirklich leiden kann, aber am Anfang liest es sich einfach so wie, Dolly kann halt niemanden leiden und Lucy ist da keine Ausnahme. Ich würde aber auch ganz ehrlich, also so habe ich das jedenfalls empfunden, das wird so für mich so als nachträgliche Legitimation dieses Scrolls verwendet, den sie auch selber für sich selber da, ähm, ja, etabliert. Aber für mich war, also ich habe das ganze Ding wirklich so als, als Eifersuchtsding zwischen Frauen gelesen. Ähm, dass sie halt, äh, diesen, diesen Nick ja fügelt und Dolly den auch irgendwann mal hatte und jetzt ist die andere ja jünger und das ist ja eine Frechheit und wie geht denn das und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube persönlich diese ganze Geschichte, ihr Sohn war ihr scheißegal und diese, diese ganze Legitimierung von wegen, die hat mein Sohn offen gewissen, ich glaube, die hat sich nachträglich sauber zurechtgelegt. Ich, ich denke auch, die sieht, äh, in Lucy eine ziemliche Konkurrenz. Erst hat sie ihren Sohn weggenommen, jetzt vögelt sie den, den Ex-Lover. Ähm, ich, ich glaube auch sowieso, dass, äh, Dolly eigentlich alle Menschen hasst und, ähm, dass Lucy einfach nur, weil sie durch familiäre Bindungen ein bisschen näher ist, halt ein gutes Ziel abgibt. Ja, also, was du sagst, Dela, auch, dass die, dass das so eingeschoben wird am Ende dieser Erklärung und so nachgereicht, das ist mir bei vielen Stellen im Buch so gegangen, dass ich den Eindruck hatte, da hat dann irgendwann doch mal ein Lektor oder eine Lektorin drüber geguckt und gesagt, du, da fehlt aber noch was, kannst du das nicht noch irgendwie begründen? Mach das mal tiefer und dann hat sie irgendwo noch mal was eingeschoben halt. Genau, ja. Ja, ansonsten ist Lucy wirklich, er wird sie definiert über die anderen Personen in ihrem Leben. Also, sie bekommt selber ihre, ihr Handwerk zugestanden. Ähm, sie bekommt nicht viel tiefer als Mutterfigur, zwei kleine Kinder, vier und, vier und sieben oder so sind die Kinder, glaube ich. Ähm, sie wird auch noch als Tochter ihres eigenen Vaters dargestellt, der mit im Haushalt mit den Kindern lebt. Sie ist Schwiegertochter von Dolly, sie ist Witwe von Dollys Sohn, sie ist Geliebte von diesem Nick, aber sie ist so, also man weiß nicht so richtig, sie hat keine eigenen Ziele oder irgendwas, also es ist schon ziemlich blass. Naja, da gebe ich dir zwar recht auf der einen Art, aber auf der anderen Art, was ich im Kontext dieses Buches doch durchaus interessant fand, war, dass sie, ähm, ja eben ihr Handwerk so zugestanden bekommt, wie sie es zugestanden bekommt. Denn normalerweise wäre das ja eigentlich im Sinne der emanzipatorischen Vorstellung, die dieses Buch so vertritt, ähm, ja auch eigentlich ein absolutes No-Go. Und gut, klar, es ist dann sowas in Anführungsstrichen weiblich attributiertes wie in Miniaturpuppenhäuser, aber sie hat ja da durchaus ein gewisses Talent und ein Geschäftstalent und, ähm, ja, macht da einen sehr guten Job und ist ja auch wohl mehr oder weniger international anerkannt. Und sie hat da hingehend auch einen sehr großen fachlichen Ehrgeiz. Sie hat allerdings im Vergleich zu den anderen nicht unbedingt diesen Ehrgeiz des Geldverdienstes. Das wird ja auch sehr oft noch hervorgehoben, dass sie zwar in die Massenproduktion gehen könnte, wenn sie das wollte, weil sie eben auch den Markt dafür hätte, aber sie macht das nicht. Aber den reinen technischen Ehrgeiz, den hat sie und da wird ihr auch zugestanden. Das fand ich als einzigste Komponente bei ihr ein sehr interessantes Ding. Wobei ich auch denke, dass diese Fähigkeiten eher Mittel zum Zweck in der Geschichte sind als tatsächlich Charakterbild, weil als Figur bleibt sie so flach, so blass, dass ich überhaupt keine Verbindung zu ihr habe und wo wir schon dabei sind, auch die beiden Kinder. Die sind einfach nur Plotpoints. Die sind für mich überhaupt keine Figuren. Aber es sind wenigstens keine Arschlochkinder wie sonst Viking. Das ist richtig, weil sie gar nicht sind. Also sie sind benannt, sie kriegen eigene Namen, sie kriegen auch ein Alter, aber sie kriegen null Charakter. Deshalb sind sie auch keine Arschlochkinder, weil sie halt gar keine Tiefe haben, gar keinen Charakter. Und ich stimme auch Flo zu, dass diese handwerklichen Fähigkeiten bei Lucy tatsächlich einfach Mittel zum Zweck sind, um diese Geschichte und auch das Manipulative von Dolly irgendwie einbringen zu können. Also Dolly sieht sie ja nicht als Schwiegertochter, sieht sie kaum als Mutter ihrer Enkelkinder, sondern im Zweifelsfall wirklich als Mittel zum Zweck und stößt sie auch in dem Moment weg, wo sie eine andere Möglichkeit hat, Miniaturdinge für ihr Puppenhaus zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Gut, dann hätten wir noch Nick. Ich weiß nicht, ob ihr zu dem irgendwas sagen könnt. Ich kann's nicht. Der ist mir auch völlig blass. Er soll halt so ein bisschen der Gegenpart zu Roger sein. Also er ist halt der sportliche Typ, der große, starke Macker, der eben alle Weiber kriegen kann, wenn er so will. Aber ansonsten, außer dieses Playboy-Daseins, bleibt der für mich auch völlig unerbar. Ja, absolut das nächste Klischee, aber auch wieder keine Figur, sondern einfach nur ein Abziehbild. Ja, also auch David irgendwie zwar versucht, ein bisschen Tiefe reinzubringen, er hat irgendwann so einen inneren Monolog, wo er darüber sinniert, dass er zwar mit diesen und jenen und sonstigen reichen, schönen Frauen irgendwie im Bett war, also sei es Dolly, sei es die Nachrichtensprecherin, die da noch eine Rolle spielen wird, aber dass das irgendwie, dass er sich ja so ausgenutzt führt, weil er dann auch nur Mittel zum Zweck war, damit die sich jung fühlen und begehrt fühlen und eigentlich war das von seiner Seite ja immer nicht so viel Gefühl, er wollte halt nur höflich sein und überhaupt und jetzt mit Lucy ist das erste Mal das erste Mal, das ist irgendwie total bäh. Ja, also es wird, um es mal mit den Worten von Fight Club zu sagen, bei ihm ist es immer eher Sportficken. Definitiv. Er kriegt am meisten Hintergrundgeschichte, habe ich den Eindruck, also über seine Eltern wird viel erzählt, es liegt daran, dass er der leibliche Sohn des Malers ist, der dieses Porträt von Dolly gemacht hat und seine Mutter ist irgendwie so eine ganz edle, anständige, höfliche, nette alte Dame aus englischen Adelskreisen, wenn ich es richtig verstanden habe, die dann nochmal geheiratet hat und irgendwie schon das zweite Mal verheiratet war als Nick, dann kam alles ein bisschen verwickelt mit dieser Herkunftsgeschichte. Auf jeden Fall ist er ein reicher Erbe, weil er von allen drei Elternteilen sozusagen sowohl Name als auch Geld erbt. Genau und die Familiengeschichte wird halt insofern nochmal relevant, weil Roger im Laufe der Geschichte gegen Ende zu diese besagte alte Dame, die seine Mutter ist, kennenlernt und eben auch das Halsband, das Collier oder irgendwas von ihr klauen soll und sie damit einschrumpft und damit auch tötet. Und dadurch eben diese ganze Endszene auf der Insel des Malers, der ja nie über die Trennung von dieser Mutter da hinweggekommen ist, so richtig nur dadurch wird dieser halt ermöglicht. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum der ein bisschen Untergrundgeschichte kriegt. Ja, also das ist wieder so ein Fall. Ich habe den Eindruck, dass da irgendwie alle Figuren nur als Plotpoints gebraucht wurden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Tabitha King hatte eben irgendwann mal diese fixe Idee davon, ein Puppenhaus zu bevölkern mit echten Menschen, die aber irgendwie auf Puppenhausgröße gebracht wurden und hat dann einfach gedacht, so okay, jetzt bräuchte ich ein paar Figuren, an denen ich das erzählen kann, dann bediene ich mich doch mal in der großen Klischee-Kiste und schraube da was zusammen. Das ist eigentlich mein großes Problem, wenn ich mit dem Buch habe, wenn sie diese Idee hatte, warum hat sie es da nicht gemacht? Genau, das Buch hätte so gut sein können. Ja, wenn man diese Figuren alle genommen hätte und dieses Puppenhaus geschmissen hätte und irgendwann hätte sich festgestellt, hey, Moment, hier stimmt was nicht, wir sind alle geschrumpft, dann hätte das echt eine interessante Geschichte werden können, auch mit den Verbindungen, die die Charaktere haben, aber das hier ist so wirr erzählt und ja. Ja, vor allem diese Konstellationen, die können sich ja alle untereinander nicht leiden, die haben alle irgendwann mal miteinander gefügelt und alle irgendwie miteinander verwandtschaftliche Beziehungen oder anderartig, es hätte so viel Spannung da reingebracht, hättest du diese Charaktere so unterschiedlich und nicht sagen, sie vielleicht auch sind, aber man hätte das Buch echt retten können, indem man die alle zusammen in dieses Haus geschmissen hätte, meinetwegen mit Roger als böse nicht und sie sich dann entscheiden müssen, schlagen wir uns jetzt gegenseitig die Schädel ein oder versuchen wir aus unserer Situation irgendwie rauszukommen und dann eben diese ganzen unterschiedlichen nicht vorhandenen Charaktermerkmale zu kombinieren oder gegeneinander auszuspielen, aber das ist eine völlig verpasste Chance, geht mir genauso. Ja, so eine Breakfast Club Situation, du nimmst die Klischeefiguren und sperrst sie zusammen in einen Raum und guckst da, was passiert. Das hätte echt Spaß gemacht, denke ich. Ja, es ist halt leider wirklich überhaupt nicht dazu gekommen und dementsprechend auch nicht gelungen. Und hat keinen Spaß gemacht. Und hat keinen Spaß gemacht, als hätte sie irgendwie zwischendurch gedacht, so naja, vielleicht reicht die doch nicht. Ich versuche mal, weiß ich nicht, eine Hauptfigur noch den Gottkomplex zu geben. Also das entwickelt Dolly hier dann schon so ein bisschen zum Ende hin und lass das Ganze in der realen Menschenwelt spielen und gebe dann den Charakteren, die ich beim Schreiben vielleicht liebgewonnen habe, auch nochmals was ganz Aufopferndes zum Ende hin. Es war einfach, es hat nirgends zusammengepasst. Es war einfach überhaupt nicht stimmig und das, was als Idee wirklich interessant gewesen wäre, tatsächlich, wie ihr sagt, das hat halt nicht stattgefunden. Apropos zum Thema Idee passt schon mal gar nicht zusammen. Hat einer von euch gerade das Buch direkt vor sich liegen? Ja. Könnt ihr mal, ich glaube hinten drauf, der allererste Satz, der fett gedruckt ist. Könnt ihr den mal bitte kurz vorlesen? Mach ich gerne. Er baut die originalgetreue Kopie des Weißen Hauses. Sie hält darin ihre Feinde wie in einem Zoo. Bin ich der Einzige, dem aufgefallen ist, dass das überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat? Nein. Es ist echt irgendwie so, ich habe das auch gelesen, also Flo hat mir das Buch geschickt. Ich habe diesen ersten Satz gelesen, dachte so, geil, klingt gut. Und dann war ich aber schon verwirrt beim Prolog, wo ja klar wird, der Hausmeister hat dieses Haus gebaut für ein Kind, das Dolly noch ist. Und im nächsten Moment ist Dolly aber schon erwachsen und so alt, dass der Hausmeister garantiert nicht mehr so viel in der Geschichte auftauchen würde. Und ich dachte so, hä, irgendwas passt hier nicht. Also ich glaube ganz ehrlich, dass das Buch so viele Überarbeitungen hinter sich hat, wahrscheinlich, keine Ahnung, dass das wirklich überhaupt nichts mehr mit dem, mit der grundsätzlichen Idee sowieso schon mal nicht mehr zu tun hat, aber wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr viel mit dem Konzept, das sie eingereicht hat. Kann ich mir nur so vorstellen. Weil es so viele offene Enden wie das Ganze hat und so viel Durcheinander, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich überhaupt mit dem Konzept zum Lektor getraut hätte. Naja, vielleicht, weil sie mit dem richtigen Mann verheiratet war eben doch. Wer lehnt schon die Frau von Stephen King ab in so einem Verlagshaus? Ja gut, das ist auch ein Punkt, ja. Aber es ist wirklich, der Klappentext an sich ist schon spannender als alles in dem Buch irgendwie. Ja, leider. Ich meine, wir zerreißen das Buch jetzt hier ziemlich. Eins muss ich aber sagen, vom Schreibstil her fand ich es nicht schlecht. Also, man erkennt schon, dass sie ein gewisses Talent hat zu schreiben. Nur eben die Geschichte und die Charaktere und das alles zusammenzubinden, das ist ihr komplett misslungen. Naja, finde ich schwierig. Also, ich kam mit dem Stil auch nicht so richtig klar. Weil King hat ja auch so ein bisschen eine Tendenz zur Holzhammer-Symbolik. Aber das war mir hier jetzt auch schon wieder zu viel. Dazu komme ich dann auch gleich. Die mir schon ein bisschen zu dämlich war wieder. und stilistisch, ich habe für dieses Buch ungefähr dreimal so lang gebraucht wie für The Stand. Obwohl es ungefähr dreimal so kurz ist. Also, nee. Ja, das ging mir genauso. Ich bin mit dem Stil tatsächlich auch nicht so glücklich. Vor allem, weil ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, sie kann sich nicht entscheiden. Will sie jetzt diese Puppenhaus, teuflische Besitzerin des Puppenhauses verband alle ihre Feinde da rein, Geschichte schreiben? Will sie einen Erotik-Roman schreiben? Oder soll es eine Familiengeschichte werden? Oder doch eine Heldengeschichte am Ende des Tages? Man weiß es nicht so richtig. Und sie springt dann immer hin und her und macht aber nicht so ganz. Also, sie hat sehr viele Szenen drin. Ich nenne es jetzt mal erotische Szenen, wobei die Erotik da irgendwie sehr auf der Strecke bleibt für mich. Es funktioniert einfach nicht. Also, da springt kein Funke über, weil ich das Gefühl habe, sie konnte sich für nichts so ganz entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Aber bevor wir richtig jetzt in die Geschichte nochmal reinsteigen und das ganz auseinandernehmen und das werden wir müssen, müssen wir nochmal ganz kurz über Linja reden. Die ist ja diese lustige Fernsehrapporterin, allgemeines Sexobjekt, jung, dynamisch, wie auch immer, bleibt auch als Mensch völlig blass. Aber zumindest während sie dann eingesperrt ist in dieses Puppenhaus, erhält sie ja durch ihr Trauma nochmal ein klitzekleines bisschen Tiefe. Sie kriegt dann eben so Flashbacks an ihrer Kindheit und ihre bösartige Mutter und so weiter und so fort. Und ja, aber das war es eigentlich auch schon wieder. Sie ist auch wieder nur als Gegenfigur zu Dolly gezeichnet. Eben diese jugendliche Kraft, die sie hat und diese Schaffenskraft auch als erfolgreiche Reporterin. Aber das war es auch. Mehr ist ja eigentlich auch nicht zu sagen, ne? Nee, also da ist viel Potenzial verschenkt worden. Das ist so für mich eine der Figuren, gerade aufgrund der Storyline, die im Buch gegeben wird, die viel Potenzial gehabt hätte. Es fängt aber damit an, dass sie eine von den abgelegten und wieder aufgenommenen Liebschaften von diesem Nick ist. Was dann auch wieder so ein Plotpunkt ist, damit sich Lucy und Nick zerstreiten, was überhaupt nicht wichtig ist für dieses Buch. Völlig unwichtig, egal. Deshalb sieht aber Dolly in ihr eine Konkurrentin. Und da, wo es spannend wird, wo gezeigt wird, wie sie dann tatsächlich als kleine Person in diesem weißen Haus sich zurechtfinden muss. Sozusagen. Das ist geschrieben wie mit angezogener Handbremse, habe ich den Eindruck. Es kommt einfach nicht zum Tragen. Ja, das ist der Moment, wo man darauf wartet, dass der Klappentext erfüllt wird. Und man denkt, okay, sie sitzt da eingesperrt, sie wird sich jetzt da rumkämpfen. Wahrscheinlich kommen noch weitere Figuren dazu. Es könnte jetzt interessant werden. Und dann ist es plötzlich ganz schnell wieder vorbei. Und ja, zum Charakter, ich finde, passend zu der Zeit, also sie guckt mir vor wie so eine Figur aus Dallas oder Denver Clan. So die Abziehbild der Karrierefrau. Ja, ich habe so ein bisschen als Bild vor Augen gehabt, die Blonde aus Drei Engel, Vier Charlie aus der Augenhineuseie. Genau, so irgendwie kamen die mir vor. Es hätte interessant werden können, aber wenn man es genau sieht, ist sie für die Gesamtgeschichte einfach zu unwichtig und wird viel zu schnell wieder rausgeschrieben. Ja. Weil halt die Gesamtgeschichte dann auch irgendwie nicht mehr in die Richtung geht, die auf dem Klappentext versprochen wurde. Also weil, wenn es die Klappentext-Geschichte geworden wäre, so die Feinde wie in einem Zoo in diesem Weißen Haus, dann wäre sie die Erste gewesen, die da drin wäre und die dann auch so eine hätte Anführerin werden können. Aber da sie die Einzige bleibt, über den größten Teil des Buches, die da drin wohnt, funktioniert es halt nicht. Also sie bekommt einfach auch nicht die Gelegenheit zu zeigen, was in ihr steckt und was sie vielleicht machen kann als Figur. Da ist, wie gesagt, auch wieder wahnsinnig viel verschenkt worden. Und es bleibt dann dabei, dass man sie wieder als sexy beschreibt, dass man ihre Titten beschreibt, ohne Ende, und Sonstiges. Und dass sie die ganze Zeit nackt rumrennt in diesem Weißen Haus, weil ihre Klamotten irgendwie gewaschen werden. Keine Ahnung, wie lange die gebraucht haben, um Klamotten zu waschen damals. Ich glaube, das war ein Problem, dass sie ja die Klamotten gar nicht hatten. Also er hat sie zwar mit ihren Klamotten gewaschen irgendwie, äh, geschrumpft, aber sie wollten ihr ja dann irgendwelche anderen Klamotten geben und da hat ja alles nicht gepasst, weil die Dollys anziehen Sachen geschrumpfen wollten und Dolly ist ja größer als sie. Und dann hat ihr das alles nicht gepasst und ich habe das alles nicht verstanden. Es klang so ein bisschen, als hätten sie Barbie-Kleider gekauft oder so, als sie dann nicht gepasst haben. Es hat auch keinen Sinn ergeben und sie hatten dann die, also sie ist beim Joggen quasi entführt und geschrumpft worden und sie hatten auch die Jogging-Klamotten, aber die haben sie aus irgendeinem Grund erst nach, weiß ich wie, wie vielen Tagen gegeben, ähm, weil sie dann halt gemerkt haben, sie passt nicht in diese Kleider rein, die sie ihr da so Abendkleidermäßig in den Puppenkleiderschrank gehängt haben. Also sie hat sehr viel verschenktes Potenzial. Da hätte wirklich, die hätte die Gegenspielerin zu Dolly und zu Roger werden können, aber es funktioniert hier überhaupt nicht. Ich habe auch erst gehofft und gedacht, als das so ein bisschen anfängt, dass Roger und Dolly sich um diese kleine Lenya kümmern, Laina kümmern, ähm, dass Laina irgendwann den Dreh kriegt, Roger gegen Dolly auszuspielen, so, weil das fängt ja da in der Behandlung von Laina schon an zu kriseln zwischen Roger und Dolly, weil Roger Laina eigentlich ziemlich toll und sexy findet und Dolly halt sie gar nicht leiden kann. Und das wäre, das wäre eine tolle Idee gewesen zu sagen, okay, so klein wie sie ist, aber sie ist in der Lage, diesen großen, riesen Mann zu manipulieren, ähm, damit er sie vor Dolly beschützt. Ja, diese Chance hat man sich ja selber genommen, indem man eben Roger dann nach Hause schickt zu seiner Mutter. Äh, jetzt kann man da natürlich, wenn man möchte, schon wieder diesen Subtext reinlesen, er entscheidet sich zwischen der, dem neuen Leben, das er haben könnte, eventuell ja auch mit einer geschrumpften Lenya oder vielleicht auch mit einer bescheuerten, psychopathischen Dolly. ähm, aber er entscheidet sich stattdessen halt trotzdem wieder für sein altes Leben, für seine Mutter und diese ganze Schiene der emotionalen Erpressung. Äh, ich glaube, da wollte sie unbedingt jetzt wieder irgendeine Botschaft reinbringen, die erstens völlig nichts sagen bleibt und zweitens den kompletten Plot wieder zerhaut. Ähm, ähm, aber ich glaube, das war so ein bisschen das Hinterhinter. So wirkt es auf jeden Fall. Ähm, es ist, also, ohnehin wirkt das ganze Buch und es ist eine der Stellen wieder, wo er zu seiner Mutter fährt, so als hätte sie dann irgendwie so ein bisschen Dieter Bieser King, Dios Ex Machina mäßig sich irgendwas ausgedacht, was jetzt dazu führt, dass die Figuren da sind oder nicht da sind. Und so liest es sich halt, es ist so zusammengestückelt alles. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt so mal insgesamt ein paar Szenen, die uns aufgefallen sind. Und was mir da wirklich, wirklich aufstößt daran, wie gesagt, das Buch hätte echt gut sein können, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Eindruck, sie hatte so ein paar kulturelle Ideen und Kritikpunkte, die sie anbringen wollte und darüber hat sie komplett die Handlung vergessen. Und, äh, eben einer dieser, dieser Punkte ist, ist diese, dieses Machtgefälle natürlich, das einerseits natürlich Dolly gegenüber Lenya hat und all diesen Menschen, die sie beeinflussen kann in der einen oder anderen Weise. Aber andererseits haben wir auch wieder diese Sachen mit dem, ähm, ja, Upper Class gegen Arbeiterklasse oder sowas in der Art. Eben durch diesen Kontrast mit Lucy, die eben barfuß den ganzen Tag durch die Gegend rennt und in ihrer Werkstatt werkelt, so Dolly, die jettet, Leben führt und eigentlich nichts macht und nichts kann. Ähm, der Kontrast eben diese ganze, ja, ich sag mal, ja, äh, beziehungstechnisch in Anführungsstrichen normale Aufstellung von wegen Lucy und Nick, die zwar ihre Probleme haben, aber dann eine feste Beziehung eventuell irgendwann finden und so weiter im Kontrast zu diesen ganzen sexuellen Ausschweifungen, die Dolly hat mit so anderen und über all diese Sachen und auch eben diese, diese Geschichte mit der Abhängigkeit von der Mutter, ähm, die hatte all diese kleinen Ideen und diese kleinen soziokulturellen Ansätze, die sie gerne in das Buch bringen wollte und darüber hat sie völlig den Inhalt vergessen, flüchtungreifend. So wirkt es auf jeden Fall. Also ich hab sehr wenig gefunden an diesem Buch, wo ich gedacht hab, so, ja, find ich, find ich gut, ist okay, kann man mal ein Augenmerk drauf richten. Ähm, ich glaube, sie hat sich sehr bemüht drum, bin mir aber irgendwie nicht sicher, ob sie dafür entsprechend die Bandbreite der Perspektive selber als Autorin hatte. So wirkt es auf mich fast, dass es, das entsteht eben dadurch, dass sie diese Klischeefiguren hat und diese Klischeebeziehungen unter den Figuren, ähm, das wirkt alles wie, ich sitze irgendwo in einem Kämmerlein und denke mir das aus, weil ich das mal irgendwo von Ferne gehört oder beobachtet habe, aber ich war nie Teil dessen. Ich denke auch, sie hatte die Grundidee mit diesem Puppenhaus und dem Leute schrumpfen und dann hatte sie noch so viele andere Ideen, die sie alle reinbringen wollte, dass sie einfach alles ausgefranst hat und es passt zum Schluss nichts mehr zusammen, aber vielleicht auch als Erstlingsautorin hat sie das dann nicht mehr gemerkt und hat das dann, ja, so zu Ende gebracht. Das haben dann halt auch die Lektoren alle nicht gemerkt, ne? Ja, oder das Buch war wirklich im Urgenau war gut und es ist kaputt gelektoriert worden. Das kann ich mir auch vorstellen, aber weiß ich nicht. Ich glaube, so schlecht kann ein Lektor gar nicht sein. Ich glaube auch, also wenn, dann wäre der gefeuert relativ schnell oder die. Es ist tatsächlich irgendwie, vielleicht hatte sie Angst, sie schafft es nicht, ein zweites Buch zu schreiben und wollte alles, was sie irgendwann mal in ein Buch bringen wollte, gleich in dieses erste packen. So liest es sich ein bisschen und hat dann lauter Versatzstücke aber nur bekommen, die keinen ganzen Roman ergeben letzten Endes. Was sehr schade ist, weil ich glaube, wenn sie einzelne Themen davon nochmal aufgegriffen hätte, man hätte ja auch eine Romanreihe draus machen können, die alle in diesem Miniaturwelt spielen, meinetwegen. Aber sie hat es versucht, alles so bruchstückhaft in einen Roman zu packen und das sind, ich weiß nicht, was sind das, 350 Seiten oder sowas? Das ist einfach zu wenig für die Menge an Themen, die sie da drin hat. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, als hätte ihr Mann gesagt, oh, das musst du noch ein bisschen machen und da kannst du vielleicht das noch reinmachen. Denn ich finde immer wieder Elemente, über die wir uns bei King auch schon beschwert haben. Wir hatten ja gesagt, es sind manchmal so Zeitungsartikel und Nachrichtensendungen und sowas drin zwischendurch. Das hatten wir ja schon bei Carrie und auch sonst schon das ein oder andere Mal. Und vielleicht hat er auch gesagt, hier, da muss mehr Sex rein. Und wenn King eins ja nicht schreiben kann, das Ganze sind das Sexszenen. Das wollte ich gerade sagen. Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt gerade im Vergleich von beiden, die Sexszenen so durchlese, dann wundert es mich ernsthaft, dass die viele, viele Kinder haben. Also über ihr Sexleben will ich nicht nachdenken, wenn ich so die Beschreibungen lese. Nein. Möchte man wirklich nicht. Das ist tatsächlich, es ist, ja, es kann sein, dass ihr Mann sie beraten hat und das ist schlecht. Das wirkt an manchen Stellen echt ein bisschen so. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Opfer dieser Zeit ist, so ein bisschen, ob das da so war, dass man noch sehr dieses, ich benenne Dinge gerne, aber ich beweise sie nicht in dem, was die Figuren tun. Also ich schreibe ihnen Charakterdinge zu, beweise die aber nirgends im Buch. Das hatte ich auch ab und zu mal, dass dann irgendwas genannt wurde, dass die Leute so und so sind, aber es gibt keinen Beweis dafür. Und das, sowas nervt mich immer unfassbar. Das kann ich nicht leiden. Deswegen kann ich auch sowas wie Jane Austen nicht gut lesen. Da wird immer behauptet, die Leute wären stolz oder irgendwas und dann sind sie das aber nie. Und diese Sexszenen, die sind mir richtig böse aufgestoßen und gar nicht mal die, die einfach nur schlecht geschrieben sind zwischen den Erwachsenen, sondern ich fand es tatsächlich, diese Ausschweifung, mit der diese Szene beschrieben wird, in der die 15-Jährige am Strand masturbiert und der Maler daneben steht und sich wahrscheinlich auch noch einen runterholt, keine Ahnung. Das fand ich dann schon irgendwie, ich dachte so, Moment, wir reden hier immer noch über einen Minderjährigen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich in einem Buch lesen möchte, dass so über Minderjährige geschrieben wird, in einem derartig sexuell aufgeladenen Ton. Naja, das ist aber genau der Punkt, an dem krankt das ganze Buch insgesamt. Denn was mir daran sehr, sehr, sehr aufgestoßen ist insgesamt, es wird ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber Roger wird für mich zum Beispiel im Laufe des Buches ja auch immer mehr als Opferfigur so stilisiert. Er bekommt quasi für alles einen Freibrief, weil er ist ja nur dazu verführt worden. Und genauso Nick, Nick ist ja auch nicht der Schützenjäger, der er ist, sondern er schläft ja nur aus Gutmütigkeit mit den ganzen Weibern. Das heißt, alle sexuellen Abartigkeiten oder Ausschweifungen oder wie auch immer du es nennen möchtest, von Frauen dienen in erster Linie dazu zu illustrieren, dass sie verderbte Charaktere sind und alle sexuellen Ausschweifungen von Männern sind ein Abt des guten Willens. Wieso steht das schon in der Bibel? Warte mal ganz kurz. Und da passt natürlich auch diese Szene mit dieser 15-Jährigen rein, die diesen Maler da in Anführungsstrichen ja verführt. Diese Zuschreibung stört mich daran massiv und die ist ein ganzes Buch, die zieht sich komplett durch. Das tut es in der Tat und das ist auch wirklich, glaube ich, das, was mich am meisten aufgeregt hat daran, dass dieses Buch auch an Stellen sexuell aufgeladen ist, wo es nicht sein müsste und dass eben wirklich diese klassische Rollenzuschreibung der verderbten Verführerin da ist und des armen, eigentlich gutwilligen Mannes, der ja im Zweifelsfall gar nicht anders handeln kann, als seinen Trieben zu folgen. Also, dass irgendwie immer der Sündenfall von der Frau ausgeht mal wieder und das ist einfach so ein, das war, glaube ich, auch Anfang der 80er schon nicht mehr en vogue oder so, hätte es nicht mehr sein sollen und nicht mehr sein müssen. Da war die erste große Feminismusbewegung schon durch. Nur, du wolltest gerade was sagen? Nein, ich hatte nur gesagt, das ist ja schon in der Bibel so. Eva verführt Adam. Natürlich ist die Frau daran schuld. Und ich glaube, das haben diese Charaktere hier so verinnerlicht, weil es ist jedes Mal Grottscher ist das arme Opfer, wer ist da, Nick? Ja, Nick ist das arme Opfer, immer sind die Frauen die Bösen. Selbst Nicks Mutter wird ja beschrieben als diejenige, die einfach auch die Finger nicht lassen konnte von dem Maler, mit dem sie eigentlich schon längst nicht mehr zusammen war und mit dem aber noch einen Sohn gezeugt hat, während sie eigentlich schon mit jemand anders verheiratet war und der wiederum war aber so großzügig, diesem Kind trotzdem seinen Namen zu geben und alles. Aber eigentlich ist die Mutter da die Böse, die später hin dann auch eher so ein reuiges Nonnenleben führt, sage ich mal. also eher zurückgezogen und selten in Gesellschaft und nur von einer Hausdame noch umsorgt, aber fernab von Männern und ähnlichen. Genau, also das ist wirklich das, was mir das Buch komplett versaut hat, selbst wenn der Inhalt gut gewesen wäre und die Geschichte, ich glaube, ich hätte es trotzdem ab diesem Punkt schon nicht mehr leiden können. Sowieso diese, das Zusammenspiel der Figuren, das erinnert mich so an schlechte Seifenopern. Vielleicht auch, weil sie wirklich alle miteinander irgendwie verbannt oder verwandt oder verbunden sind. Ja, mal ganz ehrlich, habt ihr überhaupt begriffen? Ich habe irgendwo in der Hälfte des Buros bin ich dann ausgestiegen und habe wirklich nicht mehr begriffen, wer mit wem man irgendwann geflügelt hat. Es war mir irgendwann egal. Ja, also ich glaube, die einzigen Figuren, die außerhalb des Familienkosmoses des erweiterten Kommen sind Lena und Roger gewesen. Aber es war irgendwann auch nicht mehr wichtig. Also sie haben sowieso alle irgendwie mit jedem so ein bisschen rumgefögelt oder waren zumindest interessiert oder keine Ahnung. Also auch Roger ist ja so der Typ, der gar nicht anders kann, als jedem hübschen Frauen hinterher zu gucken. Und das bleibt halt auch alles ärgerlicherweise in diesem kleinen Kosmos. Also das öffnet sich nirgendwo hin. Nick und Donnie kennen sich, seit sie Kinder sind, weil die Eltern sich kannten. Irgendwie, es ist alles irgendwie so dieses, jeder ist mit jedem verwandt oder verschwägert oder seit Ewigkeiten bekannt und gehört mehr oder weniger zum erweiterten Familienkreis. Da kommt halt auch von außen kein Input in diese Geschichte, der irgendwas bewirken könnte. Genau, deswegen glaube ich auch, dass diese, diese ganze Geschichte ist halt wieder so ein Punkt von, sie wollte gerne diese, diesen Elitismus in die Geschichte reinbringen und hat sich darin völlig verzettelt. Ich denke, dass dieser kleine Kosmos tatsächlich funktioniert hätte, wenn sie diesen kleinen Kosmos in den kleinen Kosmos gepackt hätte. Hatten wir ja vorhin schon, die Figuren ins Puppenhaus und dann können sich die Köpfe einschlagen. Aber in der großen, weiten Welt klappt das nicht. Dazu ist die Geschichte zu klein, um das so passend zu prägen. Ja, also es ist tatsächlich, das Figurenensemble hätte wunderbar funktioniert, um zu sagen, die kommen mit all ihrer Vergangenheit, die sie teilen miteinander, in diesen Mikrokosmos dieses Puppenweißen Hauses und müssen dann da miteinander zurechtkommen und auch im Zweifelsfall gucken, wie sie da an Nahrung kommen oder ähnliches. Also sich zusammenraufen, aber eigentlich haben sie diese alten Fäden dabei. Aber genau das passiert ja nicht und in der großen, weiten Welt wäre ein Typ wie Nick Weiler im Zweifelsfall einfach weitergegangen, wenn Dolly gekommen wäre. Er hat gesagt, du, ich verdiene mein Geld auch mit was anderem. Ja, also das ist wirklich der ganze Schaden an dem Buch. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und ich würde jetzt gerne mit euch über Szenen sprechen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt ja nie mal zu einer richtigen Szene meiner Meinung nach, weil es halt alles so ein Lala ist und es plätschert so und so richtig, so richtig wirklich passieren und tut auch nichts. Nee, also selbst der Showdown am Ende im Apartment von Dolly, wo sich dann alle um das abgebrannte weiße Puppenhaus versammeln, das ist auch so langsam erzählt. Da kam keine Spannung für mich auf. Da standen Figuren tatenlos rum, während andere sich die Augen ausgekratzt haben. Es gibt nicht wirklich Szenen, wo ich sagen würde, es ist eine Schüsselszene oder da ist mal wenigstens was passiert. An der Stelle ist vielleicht ganz gut. Also die Geschichte fängt wie gesagt an mit der Beschreibung, wie Roger in seinem Elternhaus steht, in Frauenkleidung und erst mal, die Szene hat eine Berechtigung, weil sie so ein bisschen auch seine sexuelle Verklemmtheit und so weiter charakterisiert, aber gleichzeitig eben dieses, ja, dieses Lust am Entdecken, sage ich mal. Das formuliere ich jetzt positiv, weil es hätte eine positive Szene sein können. Sie wird aber im Endeffekt nur dazu benutzt, um eben diese, ja, um die Perversion darzustellen oder um das als Perversion darzustellen und gleichzeitig damit sein Verlierer-Dasein zu unterstreifen. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Und er geht dann eben los, um dieses Porträt zu klauen. Warum er jetzt ausgerechnet dieses Porträt geklaut hat, habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob euch das anders ging. Nein. Weil es da war? Ja gut, aber der steht dort in einem Museum. Da kann ich ja wenigstens Sachen klauen, die hübsch sind oder wehrvoll oder was weiß ich was. Also das könnte man höchstens unterstellen, aber es wird im Buch nicht benannt, dass er von Anfang an den Plan gehegt hat, aus irgendwelchen Quellen wusste, dass Dolly dieses Puppenhaus hat, die eben zu kontaktieren und das irgendwie zu Geld zu machen, seine Maschine, die er da hat, zum Verkleinern. Das wäre aber von so langer Hand geplant gewesen, wie es der Figur Roger Tinker, wie sie im Buch ist, einfach nicht zutrauen kann. Und davon abgesehen, hätte er ja auch die Möglichkeiten haben müssen, erst mal zu wissen, dass sie charakterlich überhaupt ein Mensch ist, der sich für sowas interessieren würde oder der eben aus irgendwelchen Gründen eine Verwendung für sowas hat. Und da ja sie in diesen Presseartikeln, die immer rausgegeben werden im Laufe des Buches, auch in der Schrottpresse nicht unbedingt als solcher Mensch charakterisiert wird, hat er ja gar nicht die Quellen, um da zu diesem Schluss zu gelangen, meiner Meinung nach. Nö, es ist ein reiner Blockpunkt einfach, dass es ausgerechnet dieses Porträt ist, hat man den Eindruck. Naja, und er geht dann eben hin und klaut dieses Bild, setzt sich daraufhin dann mit Dolly in Verbindung, wie diese Verbindung zustande kam, wird auch nicht so richtig geklärt, und sie ist aber rechtzeitig von diesem Gerät dann auch angefixt. Er demonstriert ja das Ganze dann auch, indem er noch ein paar andere kleine Sachen verkleinert, wobei ich hier dann schon wieder ganz interessant fand, wie er eben so seinen Werdegang beschreibt, das fand ich schon wieder recht niedlich, das konnte man dem Ganzen noch abgewinnen, wenn man wollte, eben so mit diesem kleinen Auto und wie er dann auch lustige kleine Tiere verkleinert hat und so weiter. Und das Ganze wächst sich dann natürlich in Dollys Fern dazu aus, eventuell auch andere Lebewesen zu verkleinern. Und es kommt dann eben zu diesem lustigen Zusammentreffen zwischen Lenya und Dolly, wo eigentlich Lenyas einziges Verbrechen ist, dass sie sie Dolly nennt, statt Dolphy. Und auch das habe ich wieder nicht verstanden, warum das jetzt so ein schlimmes Verbrechen ihrerseits ist. Ist auch tatsächlich allerhöchstens in der Charakterisierung von Dolly als Biest zu begründen, sage ich mal. Ansonsten, ja, es wird erwähnt, dass sie ihren Spitznamen nicht leiden kann, aber je nachdem, in welchem Bild sie sich gerade in der Presse zeigen will, lässt sie sich auch Dolly nennen. Also das ist halt irgendwie so, dieses ist auch nicht ganz konsequent. Es ist eine Stichelei zwischen den Frauen, die beide irgendwie am liebsten diesen Nick Weiler nochmal vögeln würden, wahrscheinlich der aber gerade nicht verfügbar ist. Man versteht es nicht wirklich, warum das jetzt auslöse für so ein Akt der Grausamkeit ist, sage ich mal. Also ich hätte voll verstanden, zumindest innerhalb der Nuri-Gter Geschichte, wenn Lucy von Anfang an das Ziel der Bosartigkeit gewesen wäre. Denn Lucy ist ja in dem Moment eigentlich das Konkurrenzobjekt. Das hätte ich verstanden auf eine gewisse Weise, aber so mit Len ja überhaupt nicht. Nee, ist auch nicht gut erklärt. Ich glaube, an der Geschichte ist ganz viel nicht gut erklärt. Es passt eigentlich hinten und vorne nicht zusammen. Es fehlt so der richtige Bösewicht, weil das wird so aufgeteilt zwischen Dolly und Roger eigentlich, aber keiner von den beiden ist wirklich der Superschurke, den man sich in so einer, man kann es ja nicht anders sagen, so einer klassischen B-Science-Fiction-Story vorstellen muss. Und es fehlt auch natürlich der Held der Geschichte. Wir haben nur nichtssagende Charaktere. Wir haben Handlungen, die vorne und hinten nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht. Naja, was ich wieder nachvollziehen kann, ist, Roger sieht dann eben oder trifft dann Lucy, äh Lenja, Verzeihung, Lenja beim Joggen und dass er sie schrumpft, kann ich schon wieder auf eine gewisse Weise nachvollziehen. Das kann man sich so erklären, das macht er nicht unbedingt, um Dolly einen Gefallen zu tun, sondern er will sie halt besitzen, weil er ist halt der Typ, Typ, der Frauen besitzen will und da ist das natürlich die beste Alternative. Das verstehe ich auf eine gewisse Weise wieder. Und er schrumpft sie dann halt und bringt sie eben nach Hause zu Dolly und setzt sie in dieses lustige Puppenhaus. Das wäre jetzt der Punkt, wo die Geschichte eigentlich interessant werden könnte, aber nicht wird. Denn sie wacht dann schockiert in diesem Puppenhaus auf, erkennt auch erstmal überhaupt nicht, wie ihre Situation ist, begreift auch im ersten Moment überhaupt nicht, dass sie jetzt geschrumpft ist, sondern sie, ja, erstmal liegt sie nur ein Tag schon in der Gegend rum und dann irgendwann macht sie sich halt so langsam mal auf die Entdeckung dieses Hauses und wird eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch noch recht gut umsorgt von Roger, der sich zumindest versucht einigermaßen liebevoll um sie zu kümmern. Er macht ihr was zu essen, er versucht ihr eben Kleider zu beschaffen und so weiter und so fort. Da hätte eigentlich mal ein bisschen Sympathie für ihn aufkommen können, wenn man eine Tendenz zu lustigen Psychosen hat. Aber das fand ich hatte Potenzial, aber auch das ist wieder völlig verschenkt worden. Ist es auch. Also wie so vieles in dem Buch, da ist richtig viel verschenkt worden. Es hat sich auch unfassbar gezogen, fand ich, wie sie immer wieder, die Lenya, erst mal bewusstlos wird. Es wird als sehr physischer, traumatischer Schock beschrieben, die diese Verkleinerung bei ihr ausgelöst hat. Aber das wurde so lang gezogen. Immer wieder und immer wieder muss sie sich ausruhen und schläft dann erst mal wieder und dann wrabbelt sie sich auf und ist immer so schwach und schläft wieder und überhaupt und so. Und das ja, mag vielleicht so sein, keine Ahnung, ich wurde noch nicht verkleinert, Gott sei Dank, ich war schon immer so klein, aber das ist für die Geschichte halt nicht förderlich. Also es bringt einfach nichts voran und das ist so ein bisschen so, naja, mir ist noch nicht so richtig eingefallen, was lasse ich die Figur denn jetzt machen, wenn sie in diesem Miniaturhaus rumrennt? Ach, dann lassen wir sie noch mal ein bisschen leiden daran, dass sie verkleinert wurde und so. Und selbst dann, wenn sie gestärkt ist und essen kann und sich bewegen kann, tut sie nicht viel. Und das ist das, was ich tragisch finde, weil da wirklich das Potenzial verloren geht. Ich hätte das verstanden, wenn man dieses Element ihre Orientierungslosigkeit und sie ist alle tragisch und macht nichts, das hätte man ja nutzen können, indem man das nutzt, um Dollys Frustrierungspotenzial zu erhöhen. Indem man eben sagt, die ist jetzt nicht nur deshalb sauer, weil diese Linie halt die Linie ist, sondern ich hab jetzt so ein lustiges Spielzeug und eigentlich kann ich ja jetzt mit da was anstellen und kann die beobachten und kann da Sims spielen, aber die dumme Kuh tut nichts. Das hätte ich verstanden, wenn man das als Plotpoint eingeführt hätte, aber auch das passiert nicht. Das ist Dolly einfach auch egal, dass die da so rumliegt und eigentlich nichts macht. Ja, mein Spielzeug ist kaputt, mach was. Ja, das hätte ich verstanden. Ja, und dann vielleicht, ja, weil dein Spielzeug ist einsam, wir schrumpfen noch jemanden dazu. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. So hätte die Story laufen können, aber stattdessen löst sie ein Feuer aus und bevor sie verbrennt, bringt sie sich selbst um und weg ist sie. Ja, und hat vorher eben noch ein paar kurze Flashbacks an ihrer Kindheit und an ihrer Traumata mit ihrer Mutter. Hier haben wir wieder das klassische Kindklischee mit Mutterfiguren. Ja, ist auch wieder nur drin und drin zu sein. Ja, der Teil, wo man denkt, ach, ab jetzt wird es interessant, der ist ganz schnell vorbei und dann sieht man, oh, ich habe noch viele Seiten vor mir, was kommt jetzt? Und es kommt halt nicht viel, das ist das große Problem. Es kommt halt wirklich nicht viel, weil auch das Ganze drumherum irgendwie, also klar kriegt man dann in Form von diesen Zeitungsanzeigen und somit, dass diese Schneidevision eben auch vermisst wird und dass die Leute nach ihr suchen und ähnliches, aber es erwächst daraus auch keine wirkliche Bedrohung für Dolly und Roger. Also das ist so dieses, wenn man sagen würde, okay, die Außenwelt jetzt Druck aus auf die beiden und sie müssen im Zweifelsfall die FBI-Agenten mitschrumpfen, weil die zu viele Fragen stellen und zu viel entdeckt haben, die lassen Roger bei dem ersten Verhör einfach mit seinem Verkleinerer aus dem Haus laufen. Völlig bescheuert. Man sagt, die werden auch nicht in Zugzwang gebracht, die beiden. Niemals. Und das finde ich auch, da ist so viel verschenkt worden. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema, da ist glaube ich auch wieder der Hintergedanke, da wollte Tabitha wieder demonstrieren, dass ja diesen Eliten sowieso nichts passieren kann, weil da sowieso keiner genau nachfragt und damit nimmst du schon wieder komplett jeden Sinn aus der Handlung. Ja, weil einfach keine Spannung aufkommt. Es ist keine Bedrohung da. Die schrumpfen ein paar Leute und die sterben dann, aber die Leute sind einem so scheißegal, dass da keine Spannung aufkommen kann. Für die beiden besteht überhaupt keine Gefahr, auch da nichts. Und die Geschichte selbst ist so uninteressant erzählt, dass auch hier jeder Funke wie so ein kleiner weißer Hausbrand sofort erstickt wird. das Einzige, was ich an der Szene noch interessant fand, bevor sie sich eben selbst im Brand steckt mit dem Haus, war wirklich die Szene, wie sich Roger eben um sie kümmert, wie gesagt, aber auch diese Basteleien, die er dann selber da so macht, in denen er eben fließendes Wasser in das Haus legt und so weiter und so fort. Also eigentlich als völliger Idiot, der er nun mal ist, Arbeiten übernimmt die Lucy, die ja eigentlich die Koryphäe auf ihrem Gebiet ist, selber nicht auf die Reihe gekriegt hat oder gar nicht erst versucht hat. Und das natürlich im ersten Anlauf funktioniert, das fand ich auch schon wieder interessant. Das ist halt auch in der Figur inkonsequent. Also, dass dieses weiße Haus kein fließendes Wasser hat, kann ich verstehen, weil im Miniaturhaus brauchst du kein fließendes Wasser in aller Regel. Elektrizität, um das Zeug auszuleuchten, wenn du es mal ausstellst, ja, aber du drehst da halt nie den Wasserhahn auf und im Zweifelsfall riskierst du halt einen Wasserschaden, wenn da mal doch irgendeine Leitung undicht ist. Aber auf der anderen Seite haben wir Roger kennengelernt als jemanden, der ein durchgeknallter Spinne ist und sich in seine Wissenschaft der Verkleinerung versteigt. Woher weiß der bitte, wie man eine Wasserleitung legt? Woher ist der so kreativ, das irgendwie mit irgendwelchen alten Tetrapaks oder Milchflaschen oder irgendwie sowas zu machen? Das ist halt im Charakter bis dahin null angelegt gewesen. Richtig. Und das fand ich interessant, aber völlig idiotisch. Auch da hättest du wieder einbauen können, dass sie zum Beispiel Lucy beauftragen, ja, bau uns da mal was und so weiter und so fort und dann durch einen dummen Zufall möchte sie das dann richtig am Haus anbauen und entdeckt dann eben Lenja im Haus und muss deshalb geschrumpft werden oder was weiß ich. Man hatte da so viele Gelegenheiten, das zu einem interessanten Buch zu machen. Man hat keine einzige davon genutzt. Das ist tatsächlich, glaube ich, das größte Talent von Tabitha King in diesem Buch. Sie verpasst jede Chance für die Figuren irgendeine Form von Zugzwang aufzubauen und auszulösen. Ja, dann weiß ich erst mal über die nächsten 100 Seiten nicht mehr wirklich, was passiert, weil eigentlich passiert nichts, außer, dass Roger immer mehr frustriert wird von Dolly und andersrum. Und dann, aus irgendeinem Grunde, lernen sie die Mutter von Nick Weiler kennen. Da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass Tabitha King uns erspart hat, dass jetzt Roger auch noch mit der Mutter von ihm schlafen muss. Da habe ich eigentlich schon in meinen schlimmsten Träumen damit gerechnet, dass es passiert. Na, wenigstens mit der Angestellten von der Mutter. Na, er hat geflirtet, aber er hat ja nicht mit ihr geschlafen. Ne, das stimmt, aber das wäre so das gewesen, was noch hätte passieren können. Nein, ein Dreier. Das wäre das Schlimmste gewesen. Oh mein Gott. Oh, wie furchtbar. Ja, also das ist tatsächlich auch irgendwie so ein Punkt, dass sie zu dieser Mutter geht, ist glaube ich nur dazu da gewesen, um so ein bisschen Druck auf Nick Weiler aufzubauen, also in der Romanstruktur, weil die Mutter dann plötzlich weg ist und angelegt an dieses kostbare Collier, das die Mutter besessen hat und das Dolly so gern haben wollte, wo man sich aber auch fragt, naja, wieso wird denn das mit verkleinert, dann kannst du es ja gar nicht selber tragen, also könntest du sowieso nicht, weil alle wüssten, das gehört nicht dir, sondern der Mutter. Was machst du mit so einem verkleinerten Collier? Ist ja auch bescheuert irgendwie. Naja, ich glaube, da geht es halt wirklich bei Dolly nur ums Besitzen. Die kann ja mit ihrem ganzen Geld und ihrem ganzen Scheiß sowieso nichts anfangen, weil sie hat ja eh schon so viel davon. Da geht es wirklich nur um dieses Ich will es besitzen, um es besitzen zu können. Also innerhalb des Charakters macht es schon wieder Sinn, aber innerhalb der Handlung halt nicht. Ja, das ist aber bei allen Dingen so, innerhalb der Handlung macht das alles gar keinen Sinn. Aber es ist ein netter, kleiner Ausflug nach England. Naja, und während dieser Verkleinerung dieses Colliers stirbt halt die entsprechende Frau dann auch und verschwindet. Ja, auch da, es wird mal nachgefragt, aber auch nicht sonderlich intensiv. Da ist übrigens da ist übrigens ein Plothole, glaube ich, über das ich gerne mit euch reden möchte. Und zwar erzählt Roger Tinker später, er hat den Verkleinerer absichtlich so eingestellt, dass er tödlich wirkt auf die beiden, weil er der alten Dame und auch der Haushälterin das Schicksal von Lenya in diesem weißen Haus ersparen wollte. Danach sind die Nächsten, die wieder verkleinert werden, Lucys Kinder, die fröhlich auf dem Karussell sitzen am Ende. Naja gut, nur dass es nicht erwähnt heißt ja nicht, dass es nicht wieder zurückgestellt hat. Ja, nee, aber es ist irgendwie, also irgendwie fand ich es auch schwierig, zumal er am Anfang ja eine Riesenschau draus gemacht hat zu erzählen, dass außer ihm niemand dieses Ding bedienen kann und niemand versteht, wie es funktioniert. Inklusive der Autoren. Richtig. Inklusive der Autoren. Naja, aber wie gesagt, er hat ja dazwischen nochmal, hat er nicht dazwischen, zwischen dem Collier und den Kindern nochmal irgendwas verkleinert gehabt? Also als, ich mich daran erinnere. Als eben Gegenstand, dachte ich? Nee, es war alles vorher, glaube ich. Ja, okay. Die haben erst diese, die haben die Museumsgegenstände verkleinert, als sie das weiße Haus abgeholt haben von der Ausstellung. Dann haben sie Lenya verkleinert und dann waren sie schon in England. Aber er hat doch die Wiese und so weiter und Pflanzen und so ganz. Kann das eventuell danach gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Weil da könnte ich mir eventuell schönreden, dass du für unbelebte Gegenstände und also ich stelle mir das so ein bisschen vor, als musst du die Skala einstellen. Und natürlich hatten Menschen andere Größenverhältnisse als zum Beispiel ein Busch oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass er deswegen automatisch daran nochmal rumspielen musste und deswegen dann die Kinder dann halt vernünftig eingestellt waren, aber keine Ahnung. Es wird halt auch nicht wirklich erklärt. Es ist eine der vielen Sachen, die einfach so nebulös bleiben in der Geschichte. Ja, also es wird ja nicht mal, ich möchte anmerken, dass es zu dieser Zeit schon Endman-Comics gab, in denen die technische Möglichkeit, Menschen und Dinge zu verkleinern, durchaus durchdacht sind, auf einer fiktiven wissenschaftlichen Ebene. Man hätte da mal reinlesen können und hätte man wenigstens so einen Ansatz in diesen Verkleinerer erklären können. Ja, das auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, nachdem sie dann aus England wieder zurückgehen, entscheidet Dolly aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht verstehe, dass sie jetzt den Geliebten dieser verstorbenen Frau da den Marder besuchen möchte auf ihrer Privatinsel. Und zur gleichen Zeit beschließen Nick und Lucy, dass sie da auch hinfahren. Habe ich beide Male nicht verstanden, aber es kommt dann letzten Endes dazu, dass sie sich alle auf dieser Insel treffen, nochmal lustige Gespräche führen von wegen, ja Nick, du wirst ja jetzt langsam alt und sesshaft und das finde ich aber schön und bla bla bla, du wirst ja jetzt ein vernunftsbegabter und verantwortungsvoller Erwachsener. Ne, 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 ne. Also alles sinnloses Gelaber im Prinzip. Und es kommt dazu, dass Dolly Roger ans Bett fesselt, sich den Verkleinerer krallt und den Kindern erzählt, sie würde jetzt ein Foto von ihnen machen und sie verkleinert. Roger hat in der Zeit aber vorher schon versucht, Lucy zu warnen, dass Dolly eben das vorhat, woher er das wusste oder nicht wusste oder wie auch immer, aber habt ihr den ganzen Weg dahin verstanden? Nein. Gerade so im letzten Drittel des Buchs habe ich ganz viel nicht mehr verstanden. Das ist auch gegen geschustert. Ja. Ich war froh, dass die Figuren dann wirklich alle an diesem einen Ort sind, weil ich gedacht habe, jetzt kommt noch das Finale. Vielleicht kommt ein bisschen Spannung, aber habe ich mich dann auch geirrt. Mir fehlten die Dinosaurier auf der Insel. Euch auch? Ja. Also es ist echt irgendwie, es wurde erklärt, dass Nick und Lucy zusammen zu den Maler fahren. Lucy aus Bewunderung für den Künstler Nick, weil es sein Vater ist und er glaubt, dass der Beistand braucht beim Trost um die frisch verstorbene oder verschwundene Mutter. Dolly ist aus Berechnung da, woher sie das aber alles wusste, dass sie da sind, ist auch nicht so richtig klar. Es ist ein großes Tohuwabuhu, man kracht sich da auf der Insel ordentlich und am Ende hat man so diese ultimative Bedrohung, quasi die unsere vermeintlichen Helden Lucy und Nick eben zu ihren Heldentaten inspirieren soll. Die ausbleiben, völlig. Ja. Wie seht ihr denn die einerseits die Motivation von Roger, Lucy versuchen wollen zu warnen und andererseits worin ist die Motivation von Dolly, die Kinder zu schrumpfen? Will sie sie einfach nur schrumpfen, ja wie gesagt, auch mit dem Risiko, dass sie sterben, weil es ist egal und sie kann da mit Lucy hören oder will sie sie behalten, weil sie sind ja lustige kleine Zootiere. Also ich hätte auch gesagt, Dolly hatte schon jeglichen Bezug zur Realität verloren an diesem Punkt der Geschichte. Sie wollte neue Bewohner für ihr Haus und sie wollte diese Kinder entführen, um Lucy dazu zu bringen, zu ihr zu kommen und das weiße Haus zu reparieren, das ja immer noch von den Brand- und Wasserschäden zerstört ist. Also deiner Interpretation nach war die Idee, die Kinder als Druckmittel zu nehmen, weil du kannst die ja ähnlich wieder vergrößern und die Kinder brauchen ja ein Zuhause und deswegen muss Lucy das Haus restaurieren. So mit dieser kaputten Logik könnte es ausgesehen haben, ja. Okay, verstehe ich, ja, okay. Wieso glaubt ihr, dass Roger versucht hat, Lucy zu warnen? Ist er zu Verstand gekommen? Macht er das nur, um sein Machtgefälle zu Dolly wieder auszubauen oder wie versteht ihr das? Also wenn ich dem Buch Tiefgang unterstellen würde, hätte ich gesagt, er ist so ein bisschen zu Verstand gekommen und fühlt sich zunehmend bedroht in der Beziehung zu Dolly, weil er eben aufgeht, was für eine manipulative Schnäpfe das ist und fürchtet um sein eigenes Wohl und Wehe und versucht auf die Art auch so ein bisschen aus ihren Fängen rauszukommen, indem er sich Verbündete holt. Und was er glaubt, könnte ihm dadurch gelingen, dass er eben Lucy warnt und ihr diese Geschichte von dem Verkleinerer erzählt, ohne jeglichen Beweis, was ich auch nicht glauben würde an ihrer Stelle. Das wäre mit viel Wohlwollen das, was man da hinein interpretieren könnte. Ansonsten hätte ich gesagt, ist er einfach nur scharf auf sie und versucht sie so auf seine Seite zu ziehen. Ja. Das mit Wohlwollen könnte ich noch unterstützen. Er hat sich ja schon gegen Dolly gestellt, als er die Mutter des Malers umgebracht hat an sich, statt sie zu schrumpfen. Also er hat sich schon da ihren Wünschen widersetzt. Aber ja, ich kann wirklich nur mit viel Wohlwollen. Wenn es dieser Punkt wäre, warum schrumpft er die nicht einfach selber? Ich meine, ich verstehe, dass er sich von ihr bedroht fühlt, das sehe ich alles ein. Aber auf die Idee hätte er doch auch vorher kommen können, ohne sich lächerlich zu machen, indem er einfach Dolly schrumpft. Naja, aber er hätte ja dann keine andere Frau zum Vögeln mehr gehabt. Also das musste er erst mal klar machen, jemand anders, den ervögeln kann, weil das hat ihm ja schon Spaß gemacht, ehe er Dolly tatsächlich schrumpfen kann. Und da war ja weder Lucy bereit dazu, noch sonst irgendwer, dem er begegnet ist. Ja, aber wenn er doch schon das Schrumpfgerät hat, dann hätte ich doch, also wäre ich ein psychopathisches Arschloch, dass ich in der Form nicht bin, dann wäre doch der logische Weg gewesen als psychopathisches Arschloch, dass ich erst Dolly aus dem Weg schaffe, indem ich sie schrumpfe. Und dann kann ich mir ja immer noch bei Lucy ein Druckpotenzial erkaufen, indem ich zum Beispiel die Kinder halt einfach ans Spiel bringe. Wenn ich doch eh weiß, dass die Kinder eh schon in Gefahr sind. Ich habe nicht gesagt, dass das logisch ist, weil nichts in diesem Buch ist logisch. Und ich denke immer noch über die Verbindung zwischen Vögeln und ein Schrumpfgerät hat Nacht. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich auch gefragt, warum Roger in seinem aufkeimten Widerstand gegen Dolly nicht auf die Idee kam, sie zu schrumpfen oder einfach das Weite zu suchen mit seinem Schrumpfapparat, weil die Gefahr, diese Frau in der Nähe dieses Gerätes zu haben, einfach mir viel zu groß gewesen wäre an seiner Stelle. Naja gut, abhauen ist schwierig. Man geht ja davon aus, die ist, wie gesagt, mit Mitteln versehen, die er natürlich nicht hat. Es wird ja auch mehrfach ausgedrückt, dass er schon sein letztes Geld ausgegeben hat und nur noch auf ihren Kosten lebt. Da verschwinden, ohne dass sie einen wiederfinden kann, mit ihren Mitteln ist natürlich schwierig. Das sehe ich schon ein. Aber deswegen wäre eben der logische Weg gewesen, sie aus der Welt zu schaffen. Vielleicht ist er einfach nicht intelligent genug, was praktische Dinge angeht dafür. Also er ist ja nicht so ein besonders lebenstauglicher Mensch. Zumindest wird er so nicht dargestellt und wahrscheinlich hat ihm der Gedanke einfach gefehlt. Gut. Ja, und wie gesagt, der große Showdown ist dann, dass eben die Kinder geschrumpft werden von Dolly, sie sich aus dem Staub macht mit den Kindern und dem lustigen Gerät. Sie dann, also der Rest der Familie, dann wieder zurück in das Hotel von, oder in das Apartment von Dolly fährt. ja, und es dort zu einem nicht-epischen Kampf kommt, in dem Dolly aus dem Fenster geschubst wird und irgendwie, ja, der Verkleinerer bleibt dann aber trotzdem im Spiel. Warum der nicht kaputt gegangen ist, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Na, dabei, das ist noch nicht ganz unwesentlich, wird auch Rotter geschrumpft. während dieses Kampfes, wenn man es denn so nennen will, es ist eher so ein bisschen ich-hau-dich-wenn-du-nicht-lieb-zu-mir-bist-Kampf, also so liest es sich für mich, so von der Dramatik her. Ja, voller Action und Spannung. Ja, ne, das ist irgendwie so dieses Wattebällchen werfen oder so, keine Ahnung. Vor allem stehen die Männer hauptsächlich dumm rum, während sich Dolly und Lucy da so einen Catfight liefern irgendwie, der auch kein echter Catfight ist. Ja, weil die Männer sind ja die zivilisierten Wesen und werden ja nur dazu verführt, böse zu sein. Die würden ja nie auf die Idee kommen, da mal aktiv einzugreifen. Das sind ja immer nur passive Wesen in der Buch. Ganz genau. Heldenhaft ist natürlich der Maler zu nennen, der zwar in den Kampf nicht eingreift, sich aber mit seinem ganzen alten, klapprigen Körper schützend vor das Puppenhaus stellt, in dem die Kinder sich aufhalten, weil der Kampf finde natürlich da statt, wo die Puppenhäuser aufgebaut sind. Das heißt, wenn da mal einer auf so ein Puppenhaus draufkacht, in dem die Kinder gerade drin sind, hätten wir uns das Drama sparen können, dann sind die nämlich Matsch. Genau. Das kriegt außer dem alten Mann auch niemand mit. Richtig. Gut, und das Ganze wird dann letzten Endes mit einem kleinen Epilog belohnt, in dem dann dargestellt wird, Roger ist jetzt das ja fast geläutert. Er hat sich jetzt dem verschrieben, das Gerät weiter zu verbessern, im Sinne von einerseits da eine Vergrößerung, glaube ich, reinzubauen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und ja, sie haben halt jetzt so halbwegs ein vernünftiges Puppenhaus wieder gebaut oder restauriert oder wie auch immer, damit die Kinder da erstmal was zum Wohnen haben. und Lucy schläft dann ein in ihrem Schock und in ihrer wie auch immer und Nick entscheidet dann über ihren Kopf hinweg, möchte ich wohl sagen, sie auch zu schrumpfen und hinterher dann auch sich selbst zu schrumpfen, damit sie kleine, glückliche Familie spielen können in diesem Puppenhaus, bis eventuell alle glücklich sterben oder eventuell eine Lösung gefunden ist, dass sie sich wieder groß machen können irgendwann. Ich hatte das so gelesen, dass die Lucy das selber entscheidet, dass sie auf die Kindergröße geschrumpft werden will und dann nur deshalb schlafend in diesem Haus landet, weil sie halt auch diesen Verkleinerungs-Schock hinter sich hat. Nee, nee, sie geht ins Bett und wird im Schlafen fotografiert, mehr oder weniger. Aber ob sie vielleicht vorher da ein Gespräch hat, kann sein, dass ich das überlesen habe, aber für mich klang das eher so, als trifft Nick diese Entscheidung einfach, weil es das Beste ist in seinen Augen. Die Kinder brauchen ja ihre Mutter. Das wird, glaube ich, sogar irgendwo mal gesagt. Genau, also das wird erwähnt auf jeden Fall, aber die unterhalten sich, also der alte Maler hat dann diesen Verkleinerer am Ende, das sind wirklich die letzten anderthalb Seiten, erklärt nochmal hier, wir können das noch nicht umkehren mit dem Verkleinern und dann sagt sie aber bitte und verabschiedet sich von dem Nick und dann wird sie verkleinert und auf ein Bett gelegt im Schlafzimmer von diesem weißen Haus. Okay, gut, dann habe ich das erst gelesen. Sie entscheidet das schon so, dass sie tatsächlich sagt, sie will bei ihren Kindern da, also für ihre Kinder da sein in der Größe, die die Kinder auch vertragen, sage ich mal und Nick entscheidet sich dann eben auch mitzugehen und Familie zu spielen. Okay. Muss sie ja machen, die Kinder sind ja noch klein. Genau. Und der alte Mann, der Maler und potenziell auch Lucys Vater, der ja im Roman immer wieder auftaucht, sind dann quasi dafür zuständig, die mit Lebensmitteln und so zu versorgen, bis eine Möglichkeit des Umkehrens gefunden ist. Was ich aber an der Stelle noch ganz hübsch fand, ist, dass der Alter auch wirklich betont, hier ist schon bewusst, dass ich nicht weiß, wie lange ich noch zu leben habe. Genau. Das fand ich auch gut, dass er sagt, ich kann es nicht garantieren, aber naja, der hat ja noch eine Haushälterin, die sich auch kümmern kann. Also es wird so ein bisschen relativiert und so. Und es wird aber auch gesagt, dass es sein kann, dass der Verkleinerer eben auch die Lebenszeit an sich verkürzt. Also bei Lenya ist das drastisch geschehen, aber mehr so aus eigenem Willen, weil sie sich ja umgebracht hat. Aber es besteht halt die Möglichkeit, dass sie einfach insgesamt sehr kurz nur leben durch diesen Verkleinerer. Genau. Gut, dann haben wir, würde ich sagen, das Ganze einigermaßen vernünftig abgehandelt. Wenn ihr zu den Szenen an sich erst mal nichts mehr habt, würde ich ganz kurz auf die Symbolik eingehen. Gerne. Wir haben hier natürlich diesen Traub, die große Welt im Kleinen. Also diese ganze Thematik, Makrokosmos, Mikrokosmos, wie auch immer. Dann natürlich das ganze Element, die Dekadenz, der Upper Class und im Vergleich dazu eben diese Down-to-Earth-Geschichte, die Lucy so ein bisschen repräsentiert, obwohl sie ja auch nicht unbedingt Arbeiterklasse ist, sondern das Ganze nur aus, wer macht, weiß es, kann und eben nicht wirtschaftlich machen muss. Aber wie gesagt, vor allem eben dieser Kontrast von Dolly in alten Kleidern und tollen Schmuck und so weiter und Lucy eben immer barfuß, die durch ihre Werkstatt schleicht und so weiter. Außerdem haben wir hier natürlich den typischen böse Schwiegermutter-Trop. Lustigerweise, die Kinder werden, weil ja das Originalhaus irgendwann ja kaputt ist, in ein Hexenhaus, in ein Hänsel- und Kredel-Hexenhaus-Szene reingesetzt. Da haben wir also auch wieder die hübsche Symbolik mit der bösen Hexe drin. Außerdem haben wir natürlich den klassischen exzentrischen Künstler. Und wie gesagt, das Hauptding, was sich durch die ganze Geschichte zieht, ist wirklich diese sexuelle Freizügigkeit, die bei Frauen immer als Symbol ihrer allgemeinen Verderbtheit gewertet wird und bei Männern als ja der arme Kerl kann ja nicht anders und wird verführt und wird dadurch manipulierbar von den bösen Hexen, die ihn dazu zwingen, böse Dinge zu tun. Ja, das ist ziemlich, ich hätte jetzt gedacht, das ist ziemlich vollständig. Das ist natürlich so dieses, also so ein bisschen, glaube ich, wird auch diese diese Läuterung von Roger so ein bisschen aufgebaut. Der ist ja quasi die erste Figur, die wir aus diesem tragenden Figurenensemble kennenlernen. Also mit dem geht ja die Geschichte los und der wird am Ende auch nochmal mit erwähnt als eine der letzten Figuren, der da am weißen Minihaus sitzt und versucht, die Umkehrung vom Verkleinerer zu bauen. Und das soll so ein bisschen, glaube ich, diese Läuterung sein von dem verrückten Wissenschaftler hin zu jemandem, der einsieht, dass seine Wirkung, seine Taten Wirkung hinterlassen in der Welt. Ja, generell, die Läuterung findet hier auch wiederum nur bei den Kerlen statt. Auch Nick hat diese Läuterung, indem er eben sich entscheidet, dann vom Playboy seine eigene Lebenserwartung zu minimieren und freiwillig zum Familienvater zu werben und sich da aufzuopfern für seine nicht vorhandene Familie. Da muss dazu aber auch Lucy tatsächlich einsehen, dass sie als Frau nicht den Anspruch haben darf, dass er nicht gelegentlich dann doch mal einen Seitensprung begeht, was ja der ursprüngliche Grund ihres Zerwürfnisses war. Genau. Ja, und ansonsten haben wir halt hier gleich am Anfang, das habe ich ja schon erwähnt, dieses A Quoked Mind und A Quoked Body, eben in dem wir diese Verkleidungstravestie-Szene haben, die wie gesagt an sich schon unverzeihlich ist, so wie sie dargestellt wird. Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich was, was ich dem Buch an so vielen Stellen immer wieder vorwerfe, die generell, die Klischeesierung von vielen Dingen, die Verdammung von vielen Dingen, das Heranziehen von bestimmten Themen, Verhaltensweisen etc., um eine Figur lächerlich zu machen, wo ich sage, das ist doch, nee, geht nicht mehr und ist auch in den 80er Jahren schon eigentlich nicht tragbar gewesen. Und wie gesagt, ansonsten haben wir halt noch diese ganze Sache von elitären Bewusstsein und den einen passiert nichts, wenn sie Würde begehen und Dinge verschwinden lassen und klauen und anderen ja, dann eben doch eben in dem zum Beispiel das FBI bei Dolly einmal kurz anklopft und im Prinzip sich nur dafür interessiert, wer denn dieser Typ ist, der ja unbekannt ist, was dann damit entschärft wird, nee, nee, das ist nicht mein Freund, der ist ja schwul. Auch ganz toll eingesetzt, die Homosexualität an dieser Stelle. Es ist einfach wirklich, wie du schon sagst, dieses, wenn man reich ist, passiert einem nichts und das ist ja auch so ein bisschen das, was an Dolly eigentlich gezeigt wird, so die reiche Klasse, die regierende Klasse kann sich immer alles erlauben. Als Präsidententochter ist das auch irgendwie so, also allein, dass sie als Präsidententochter eben dargestellt wird von wegen jemand, der mal dieses Land regiert hat, der viel Macht hat, der reich ist und sie muss dann halt auch in irgendeiner Form über Leute regieren, weshalb sie dieses manipulative Miststück ist. Genau. Aber Präsidentin werden hätte sie nicht dürfen. Nein, um Gottes Willen. Aber dafür hat sie immerhin den Luxus, sich mit 15 nackt malen zu lassen und ausstellen zu lassen. Ganz toll. Ja, ganz toll. Also da würden wir doch alle eine Präsidentschaft gegen eintauschen, oder? Auf jeden Fall. Jederzeit. Gut. Habt ihr sonst zur Symbolik auch nichts mehr, ne? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Nee. Gut. Dann ist mir noch eine kleine Verbindung aufgefallen. Wie gesagt, wir hätten einerseits eventuell diesen Ansatz einer Parallelwelt, das hab ich ja schon erwähnt, wegen den Präsidenten, die in der echten Welt nicht so sind, kann man als Verbindung zu Turmwelten eventuell werben, wenn man das möchte. Aber ansonsten, als Lenja im Hotel, äh, im Weißen Haus steht, steht sie vor einem altmodischen Fahrstuhl und der erinnert sie an das Overlook-Hotel aus Shining. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Da hatte ich so ein ganz kurzes Hey, das kenn ich. Äh, Moment. Ähm, das fand ich ganz schön. Ähm, ist aber auch, ja, verpuffte so ein bisschen. Also wo ich gedacht hab, so, wenn ich schon so ein Cameo aufbaue oder einbaue von irgendwas, dann kann ich auch noch ein bisschen mehr damit machen. Ja, das war wirklich nur so eine Erwähnung. Hey, ich hab da einen Mann, den kennt ihr, den mögt ihr, deswegen mögt ihr mich auch und deswegen geb ich euch so einen Hinweis drauf. Vielmehr war das wirklich nicht. klassisches Name-Dropping nur eben in der Literatur. Genau. Gut, habt ihr aus diesem Buch denn Zitate? Ich hatte mir ganz viele Lesezeichen in Vorbereitung gemacht beziehungsweise Eselsohren, ähm, aber eigentlich finde ich alles so schlimm, dass ich es gar nicht zitieren möchte. Äh, weil das Beste Geschriebene ist tatsächlich der Klappentext, den haben wir ja schon vorgelesen. ansonsten hab ich mir immer da Sachen reingemacht, äh, die mich aufgeregt haben. Also Roger in den Frauenkleidern und wie das beschrieben wird und wie auch das Frauenbild beschrieben wird und, ähm, ja, ähm, ich hätte ein paar Zitate, Kleidung war für ihr bisher eben immer nur Kleidung gewesen. Man brauchte sie, um die Stellen zu bedecken, wo Gott von seinem Geschmack im Stich gelassen worden war. Ähm, ja, einerseits wieder diese, ja, puritanische Einstellung zu Dingen, andererseits auch zu Sexualität, zu schönen Dingen, die ja grundsätzlich böse sind, ja, fand ich an der Stelle ganz nett. Außerdem, um eben sein Verliererdasein wieder da zu zeigen, er versuchte fröhlich und asexuell zu klingen, den fand ich hübsch. Ja, der war gut. Witzigerweise habe ich diese erste Stelle auch mit einem Eselsohr versehen, weil mich das so aufgeregt hat, dieses, äh, Stellen zu bedecken, wo Gott von seinem Geschmack im Stich gelassen worden war. Aber ich denke so, ey, mehr Bodydissing geht ja wohl nicht, oder? das meine ich, ja. Und dann eben wieder, um diese, ähm, ja, Rolle der Sexualität zu zeigen, ich weiß nicht, woher du die Idee hattest, dass man aus Höflichkeit mit jeder schlafen muss, die einen darum bittet. Also, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Nick ein Schürzenjäger ist und gerne fickt. Nein! Das hat nur was damit zu tun, dass er so ein guter Mensch ist. Es ist höflich. Das machst du auch immer so, Flo, ne? Ja, natürlich. Ne, es ist tatsächlich irgendwie so, also, da muss ich sagen, von der ganzen Art, wie es angelegt ist, hat mir die Mutter als Charakter fast am besten gefallen, ähm, weil die sehr pointiert sein kann. Ähm, das war schon, das war schon auf den Punkt gebracht, weil er so dargestellt wird. Es ist natürlich, äh, im weiteren Kontext, völlig absurd, das überhaupt so darzustellen, dass Männer höflich sind, wenn sie jede Frau abschleppen, aber, ähm, die Mutter bringt es sehr auf den Punkt. Ja, und ich, sagen wir mal so, von jedem anderen, der diesen Satz gesagt hätte, hätte ich das für wahre Münze genommen, dass sie diesen Satz auch so meint. Aber bei der Mutter, die diesen Satz eben wirklich sagt, äh, spricht schon so diese Selbstironie daraus. Deswegen finde ich den Satz eigentlich ganz gut, aber der ist halt auch wirklich nur deshalb akzeptabel, weil er von ihr kommt, und diese ganze Sache so schön karikiert, finde ich. Also, dieser eine Satz karikiert das komplette Buch, meiner Meinung nach. Ja, das tut er tatsächlich. Also, das ist wirklich so, das bringt auch irgendwie so die, die ganzen, ich nenne es jetzt mal Probleme, auch wenn ich es nicht dafür halte, die die Figuren untereinander haben, schön auf den Punkt irgendwie. Gut, und als letzten Satz habe ich noch, du bist verrückt, glaube ich, und ich bin noch viel verrückter als du, aber ich bin lieber verrückt als nur mal, du doch auch. Na ja. Ja, kann man machen. Also, ja, ähm, hätte ich, glaube ich, in jedem anderen Buch für besser wahrgenommen, als in diesem. Es ist, glaube ich, das geht so ein bisschen aufgrund des schlechten Buches verloren. Es ist schon ein ganz cooles Zitat, ähm, aber es geht so ein bisschen verloren im gesamten Matsch des Buches. Ja, was für mich da mitspringt in diesem Satz ist, äh, es wird ja dem Roger, der ja, eigentlich ist das ja ein voll guter Kerl, der will ja nichts Böses, wisst ihr? Und, ähm, er wäre ja eigentlich auf dem Weg des Guten, gewesen und geblieben und hätte sich dahin entwickelt, wenn ich diese böse, böse Schlampe ihn ja noch darin bestärkt hätte. Das spiegelt sich für mich in diesem Satz wieder. Das klassische Schuldumkehr oder Schuldabwehr sozusagen. Genau. Ähm, das ist da ganz viel drin tatsächlich. Das hilft auch wieder mal, ihn als das hilflose, wehrlose Opfer dieser, äh, sexy älteren Dame da darzustellen, äh, die ihn ja manipuliert und ausnutzt und ihn jedes Mal verführt und immer, wenn sie ihn dann irgendwie ihre Titten anfassen lässt, kann er gar nicht mehr anders, als ihr willig zu sein. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Wir Männer sind halt so. Ich finde halt entsetzlich, dass das so von einer Frau geschrieben wurde. Also, ich habe mich beim Lesen des Buches öfter daran erinnern müssen, dass das eine Autorin ist, die so einen Scheiß verzapft hat. Na, das Schlimme ist, und das habe ich oft bei vielen verschiedenen Büchern, mir geht das oft so, dass die Weiber untereinander schlimmer sind als die Kerle zu den Weibern. Also, das mag meine Wahrnehmung sein, aber es ist natürlich gerade deshalb unverantwortlich, aber es ist leider keine Seltenheit, meiner Meinung nach. Ist es tatsächlich nicht. Also, ich kenne es auch aus vielen anderen Büchern von weiblichen, ähm, schreibenden Personen, aber es ist immer wieder schockiert. Also, es ärgert mich jedes Mal wieder, weil ich immer denke, so, was ist mit diesen Frauen kaputt, dass die vor ihrem eigenen Geschlecht so wenig Achtung haben, dem so wenig Respekt entgegenbringen. Und quasi, also, dieses Buch bedient ja Männerfantasien am laufenden Band, wenn die Frauen beschrieben werden. Ich glaube, das bedient nicht mal Männerfantasien. Ich glaube, das bedient das, was düstliche Zippen für Männerfantasien halten. Das würde ich dir recht geben, denn ich weiß nicht, ob ich so der typische Mann bin, aber, ähm, nein. Naja, also, ja, es bedient das, was man für Männerfantasien hält, landläufig, sage ich mal. Also, ich habe eine Idee davon, was Männer antörent, und dann schreibe ich das mal. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber es wird wahnsinnig viel über den weiblichen Körper geschrieben, in der sexualisierten Form. Und es sind immer die Frauen, die in irgendeiner Art und Weise verrucht sind. Selbst Lucy ist ja dann irgendwann, als sie sich mit Nick wieder versöhnt, so ungeduldig, dass sie ihre Werkstatt zum Liebesnest umfunktioniert. Ähm, und, äh, irgendwie, es ist alles, ach. Es sind, wie in dem Buch, so viele Klischees, sind es auch wieder die Klischeebilder von Männerfantasien. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung. Das macht halt keine gute Geschichte. Nee, macht es nicht. Hat leider niemand der Autorin gesagt. Flo, hast du denn auch noch ein Satat? Nein. Ich wollte nicht mehr zurückgehen und dann suchen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wie war die Skala? Von 0 bis 19. Gehen Minuspunkte? Leider nicht. Fangen du mal an, Flo. Ja, Liebling, ich habe die Punkte geschrumpft. Ich glaube, es ist rausgekommen, dass das Buch wirklich nicht besonders gut ist. Mit ganz, ganz, ganz viel gutem Willen, weil es tatsächlich winzige Ansätze hatte, die hätten gut werden können. Gebe ich ein Pünktchen. Also, ich glaube, ich kann, wenn ich den Klappentext mit einbeziehe, mich dem einen Punkt anschließen, weil der Klappentext Spannung aufgebaut hat. Und ja, du hast recht, es waren Ansätze drin, wo man denkt, okay, die Frau hatte vielleicht ein paar gute Ideen, sie hat leider keine davon aufs Papier gebracht. Also wäre ich, glaube ich, auch bei einem Punkt. Gut, ich möchte ein klitzekleines bisschen erhöhen. Ich gebe nämlich zwei Punkte, aber auch nicht, weil ich das Buch gut fand, sondern glaube, dass das Buch genauso wie der Musterschüler wichtig ist, weil es ein perfektes Gegenbeispiel ist. Es ist in seiner ganzen Unverantwortlichbarkeit, die es nun mal leider zeigt, glaube ich, so drastisch und brühlt es einem so drastisch in die Fresse, dass, glaube ich, selbst der dümmste, und das meine ich jetzt nicht komisch, sondern der dümmste Macho und der dümmste männliche Idiot, der Fan-Nazis schreit, sogar da, glaube ich, die Spuren entdecken muss der Lächerlichkeit, die in dem Buch steckt. Ich habe zumindest die Hoffnung. Da hast du mehr Hoffnung als ich, aber ich gönne sie dir. Das ist schön. Das ist übrigens der einzige Grund, warum ich diesen Podcast mache. Und damit hat diese Spezialfolge die niedrigste Zahl, die wir bisher hatten, mit 1,33. Noch schlechter ist die Offenbarung der Becca Porzen. Yay! Yay! Naja, man muss ja auch an dieser Stelle anmerken, dass Rebecca Porzen immer noch die überzeugendere Frauenfigur war und die emanzipiertere. Ja, und sie hat sich mit einem Pleistift in einem Loch im Kopf rumgesucht. Naja. Und sie war damit intelligenter als all die gesunden Frauen in diesem Buch. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir beenden das Elend an der Stelle. Wie gesagt, es gibt noch andere Bücher von Tabitha King angeblich wären die wohl auch etwas besser, was jetzt auch nicht unbedingt schwierig ist. Aber ich glaube, wenn ihr mit mir übereinstimmt, ich glaube, das ersparen wir uns, oder? Ich habe hier noch zwei Stück liegen. Ich werde das eine lesen und dann entscheiden, ob ich euch den Vorschlag mache. Aber bitte liest es diesmal vorher. Ja, auf jeden Fall. Für den Spaß an der Sache wäre ich tatsächlich nochmal für sowas zu haben, weil es wahnsinnig Spaß macht, das hinterher zu zerreißen. Aber ich sage mal so, wenn ihr nur wenig Lesezeit habt, verschwendet sie nicht für diese Bücher. Genau, denen würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber lasst euch bitte von diesem grauenhaften Buch nicht davon abschrecken, weibliche Autorinnen zu lesen. Die können auch gute Bücher schreiben. Das ist nur leider ein Negativbeispiel dafür. Wir haben übrigens unsere Wette nun ein bisschen spezifischer gestaltet, ob wir dieses Jahr es noch bis S schaffen oder nicht. Wenn ich recht habe und wir schaffen es nicht, darf ich drei Spezialfolgen vorschlagen. Also, ihr wisst, an wen ihr die bösen Briefe schreiben müsst. Also, wir werden wahrscheinlich immer, wenn mal sowas ist, wenn sowas anfällt, nochmal eine Spezialfolge einwerfen. Ich denke, das grundsätzlich ist das kein schlechtes Konzept. Aber es geht als nächstes jetzt dann weiter wieder mit einer regulären Folge, die zwar auch ein bisschen was Spezielleres ist. Es ist wieder eine Live-Folge auf dem Podstock mit einer weiteren obskuren Kurzgeschichte. Aber danach legen wir wieder richtig los mit Christine, mit Klassikern wie Friedhof der Kuscheltiere. Und dann kommt der zweite Haufen von Kurzgeschichten bald. Und da suchen wir noch Gäste. Genau. Und ich verspreche euch auch, sowohl die Kurzgeschichten als auch Christine als auch Friedhof der Kuscheltiere werden auf jeden Fall bessere Bücher. Die sind alle drei nicht schlecht, auch im Kindverhalten sind nicht schlecht. Da denke ich, werdet ihr wieder mehr Spaß dran haben. Naja, wir haben auch noch den Talismann und den Fluch dabei. Naja, aber der ist erst nächstes Jahr. War der Fluch das mit dieser Zigeunerin? Ja. Was man ja nicht mehr sagen darf. Genau, mit dieser Wahrsagerin, die dann drin ist. Genau. Super. Nein, die beiden kommen übrigens doch noch vor Blut. Ah, scheiße, du hast das. Und das Jahr des Wehrwolfs, ja. Verdammt. Ah gut, aber so oder so, es kommen jetzt erst mal wieder etwas angenehmere Bücher. Wenn ihr also Lust habt, mit uns zu podcasten, dann könnt ihr das gern tun. Ihr findet unsere Leseliste wie immer auf unserer Homepage. Alles, was da durchgesprochen ist, hat zwar schon den Gast, wenn ihr aber trotzdem Lust habt, da mitzumachen, könnt ihr uns trotzdem anschreiben und Bescheid sagen, dann senden wir halt mit mehreren Personen, das ist auch nicht das Problem. Technik braucht ihr nicht weiter, ihr braucht einfach nur irgendwas zum Reinsprechen, ein Mikrofon oder ein Headset und Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak immer etwas lieber ist, weil das etwas stabiler läuft, aber wir sind da eigentlich ganz generell flexibel. Wenn ihr die Bücher braucht oder die Technik, dann könnt ihr uns auch Bescheid sagen, wir würden uns dann entsprechend mit euch in Verbindung setzen und euch da Sachen zukommen lassen, wenn ihr das braucht. Mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir euch beim Podstock treffen, das ist ja im August, wir werden auf jeden Fall da sein und wie gesagt, wir werden da eine kleine Kurzgeschichte besprechen und ich hoffe, da haben wir auch ein bisschen Spaß dran. In dem Sinne bleibt mir nur übrig, mich bei der Kathi zu bedanken, es war sehr, sehr schön, dass du da warst und mal wieder eine weibliche Perspektive reingebracht hast. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein, es macht sehr viel Spaß, mit euch Bücher zu zerreißen. Und generell an unsere weibliche Hörerschaft, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch euch öfter dazu durchringen könntet, mit uns über Bücher zu reden. Wie gesagt, die sind nicht alle so schlecht und wir regen uns nicht über alle so auf, aber eine weibliche Perspektive in der ganzen Sache tut dem Ganzen wirklich gut und wir würden uns echt freuen, wenn ihr euch da auch ab und zu mal bereit erklären würdet, mit uns über Bücher zu reden. Ja, weil diese Perspektive kann D-Land manchmal nicht so ganz so bieten. Richtig. In diesem Sinne, ich danke euch allen fürs Zuhören, es war schön, dass ihr wieder dabei wart und Kathi, wie gesagt, auch dir danke ich nochmal für die Einladung. Passt gut auf, ich auch, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns und hören uns auf dem Podstock. Bis dahin, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.